Nico, was heißt das? Du kannst nicht kommen. Werder war doch gar nicht so schlecht. Wie hat Werder noch gespielt? 5-0 verloren. Ach so, ja, okay, verstehe, dass du nicht kommst. Tschüss. Schön, dass ihr da seid. Bundesliga. Tobias Escher, Etienne Gardet. Ich bin da. Wow, ja, Glückwunsch, freu mich. Freue mich sehr, dass du da bist. Heute hast du viel Platz, weil Nico kann leider nicht. Um über Werder zu reden. Kann nicht über Werder reden, leider. Aber vielleicht ein anderes Mal. Ja, also, wir quatschen gleich schön über die Bundesliga. War ja wieder ein richtig munterer Spieltag. Viel passiert. War ein geiler Spieltag, oder? Naja, also, da fängt der Freitag an mit Augsburg gegen Mainz. Da bist du schon in so einer leichten, depressiven Unthaltung. Und dann ist das Spiel und da ist ja schon ordentlich was geboten beim Spielplatz. Aber es guckt ja keiner. Du sitzt ja nicht am Freitagabend zu Hause und denkst, oh, geil, Augsburg-Mainz. Das ist ja schon sehr ... Also, da muss ich sagen, ich ertappe mich immer wieder mal, ob ich so auf die Zweitliga-Tabelle gucke und denk so, oh ... Du guckst es doch trotzdem nicht. Nee, ich guck's trotzdem nicht, weil's einfach keine Relevanz hat für mich. Also, was passiert in der Zweiten Liga, das spielt keine Rolle. Aber liebst du den Fußball, oder? Ja, aber nicht von jeder Mannschaft. Weißt du, was wir für Spieltage hatten? Wir hatten Kaiserslautern gegen den HSV. Wir hatten Düsseldorf gegen Köln. Also, sorry, wir hatten so wirklich knackige Begegnungen. Ja, ist so. Es ist wirklich schön. Ich mein, das ist auch komplett nicht ... Das sind schöne Partien. Und wir haben jetzt in der Bundesliga jedes Mal so drei, vier Partien, wo ich genau weiß, wir sitzen hier am Montag und keiner hat die geguckt. Weil wir alle ein bisschen Stolz haben. Ich hab tatsächlich Mainz-Augsburg-Mainz ein bisschen geguckt, ja. Okay, die meisten Menschen haben noch ein bisschen Selbstrespekt. Ich hab's auch geguckt, ja. Aber wir fangen einfach mit etwas an, was dich mehr begeistert hat. Ich musste arbeiten zu meiner Verteidigung. Ich war hier am Freitagabend und hab Verstecken gespielt. Auch was wieder heißt, ja, die Profis machen ihren Job. Ich halte hier die Senderfahnen hoch. Aber ich gebe auch zu, wenn ich nicht gearbeitet hätte, hätte ich's trotzdem nicht geguckt. Danke, dass du das noch sagst. Dann muss ich das nicht machen. Wir fangen mit etwas an, was dich begeistert. Was dir Spaß gemacht hat, was euch da draußen auch Spaß gemacht hat. Wir reden über den VfB Stuttgart gegen den BVB. Ja, jetzt hätte ich natürlich gerne eine Sprachnachricht von Noah, die ich euch hätte vorspielen können. Hat er mir nicht geschickt? Schickt immer nur eine, wenn er sich aufregt. Ich sag euch, was er mir geschickt hat. Ja. Das war nur ein Satz. Aber ich musste lachen. Er hat geschrieben, wir streiten uns um die Meisterschaft. Damit meint er die Eintracht. Ja. Ja, Stuttgart und Eintracht. Ja, in einem anderen Jahr vielleicht. Ohne Bayern, ohne Leverkusen durchaus möglich. Aber auf jeden Fall war das eine richtige Standortbestimmung gegen den direkten Konkurrenten. Und nicht nur gegen den direkten Konkurrenten, sondern gegen den Verein, der ja mit Kerasi und Anton zwei der tragenden Säulen des VfB Stuttgarts geraubt hat. Geraubt? Naja, es war ein bezahlter Raub. Raubt so. Und dass Stuttgart Dortmund so dermaßen auseinanderpflückt, damit war, glaube ich, nicht zu rechnen. Das war eine Demontage. Das war ein Klassenunterschied. Das war für alle Stuttgart-Fans, glaube ich ... Balsam auf die Wunden. Ja, nicht nur Balsam auf die Wunden, aber ein Stück weit auch die gewonnene Gewissheit, dass man trotz dieses Umbruchs, trotz der Verluste eine gewisse Qualität aufrechterhalten kann, die vielleicht auch ausreicht, um diese Sensationssaison zu wiederholen. Und bei Dortmund weiß man, auch nach dem Abgang von Terzic klappt da nicht alles. Also das muss man schon sagen, ein Spiel, das, glaube ich, niemand in der Form erwartet hätte. Dortmund war jetzt noch nicht, also zwar punktetechnisch okay, aber hat jetzt spielerisch noch nicht richtig überzeugt in der Bundesliga. Ich habe das ja auch schon am ersten Spieltag gesagt, nach dem Eintracht-Spiel, wo sie glücklich mehr oder weniger gewonnen haben, haben wir ja drüber gesprochen, wenn Shaibi da das Tor macht, dann verliert oder kriegt vielleicht nur einen Punkt Dortmund. Und das hat so ein bisschen dann auch darüber hinweggetäuscht, dass da spielerisch noch längst nicht alles irgendwie geil war. Ich war selber erstaunt, dass da noch ziemlich Sand im Motor war. Und das zeigte sich jetzt auch in den weiteren Partien, finde ich. Aber trotzdem, auch Stuttgart ist ja jetzt nicht überragend in die Liga gestartet. Es war jetzt, finde ich, es gab keine Indizien dafür, dass das so ein Klassenunterschied wird. Und man muss wirklich sagen, in der ersten Halbzeit war das ein Klassenunterschied. Tobi hat das sogar auch getwittert, dass fast in allen gängigen Spielsituationen, also Ballbehandlung, Annahme, Passschärfe, all diese Dinge, war Stuttgart besser als Dortmund. Und auffällig besser. Also so, dass du dir wirklich gedacht hast, okay, das war fast nicht erklärbar, wo dieser Klassenunterschied kam. Und das hat es in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gefangen. Aber auch da war Stuttgart deutlich die bessere Mannschaft. Am Ende hatten die, glaube ich, drei ... Nach der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, 0,09 xG für Dortmund. Ich wusste gar nicht, dass ... Also, ein Null nach der Kopfstellung noch. Und drei bei Stuttgart. Also, die hätten ja sogar noch zwei Tore oder drei Tore allein in der ersten Halbzeit mehr schießen können. Das darf man nicht vergessen. Das war ein Run auf ein Tor, und zwar auf das Dortmunder Tor. Und die hatten nichts entgegenzusetzen. Warum das so ist, kannst du vielleicht ein bisschen Licht in den Tunnel bringen. Aber es ist schon jetzt wieder, brennt der Baum. Weil ich bin auf Twitter, hab viele Dortmund-Leute da so irgendwie, die man kennt. Und bei denen ist natürlich jetzt schon wieder Emre Can, Nuri Shah hin. Also, da ist schon wieder direkt nach dem vierten Spieltag brennt der Baum, gefühlt in der Fanszene. Und die sind schon wieder so unfassbar unzufrieden, das natürlich jetzt auch schon ein gewisser Druck auf Dortmund lastet. Es war ja letzte Saison auch so, dass sie gegen Stuttgart sehr, sehr schlecht ausgesehen haben. Da haben sie sich aber hinten reingestellt, die Dortmunder. Und haben ja versucht, dann so Schadensbegrenzen von der ersten Minute an zu betreiben. Und das hat dann nicht funktioniert. Und jetzt haben sie ja teilweise auch versucht, mitzuspielen. Und da ist ja genau das zu Tage getreten, was du gerade gesagt hast. Sie haben halt hinten rausgespielt und haben versucht, hinten rauszuspielen. Das war dann aber häufig so ungenau und so überhastet, dass Stuttgart da die Bälle relativ einfach einsammeln konnte. Und Stuttgart hat halt auch geschaut, dass sie hinten rausspielen, haben immer wieder den Ball nach rechts gespielt, haben dann immer wieder geguckt, okay, Adeyemi, wenn der nicht ordentlich positioniert ist, gehen wir über den Raum, dann über Adeyemi zu Stürer Karasor in die Mitte und dann sofort Leveling auf links schicken. Und Leveling hat dann auch mit Riasson da gemacht, was er wollte, hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und Milieu konnte dann dadurch, dass sie halt so viel über links gespielt haben, häufig in die Mitte ziehen von rechts. Und Milieu hat ja ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also er hat ja unfassbar gut gespielt und die ganze Abwehrkette von Dortmund hat überhaupt gar keinen Zugriff drauf bekommen. Und bei Dortmund hast du halt deutlich gemerkt, dass eine Mannschaft im Umbruch ist auch. Aber du hast auch keine richtige Idee gemerkt. Also sie haben dann mal versucht, hinten rauszuspielen, mit Gürassi ablagen, das hat nicht funktioniert. Sie haben so ein halbherziges Pressing gemacht, aber haben auch sich nicht wirklich rausgetraut, wenn Stuttgart im 4-2 aufbauen wollte. Das war so nix halbes, nix ganzes. Und bei Stuttgart hast du deutlich gemerkt, da steht eine Mannschaft da, die auch eingespielt ist in gewisser Maßen. Weil sie haben ja jetzt diesmal nur mit zwei Neuzugängen gespielt. Also Schabot hinter der Endverteidigung und vorne halt Demirovic. So haben sie da ein bisschen so zurückgenommen, haben halt so ein paar Spieler wie Rida, Chase, haben jetzt nicht gespielt. So ein Mittelstädt durfte dafür wieder ran, hat ein gutes Spiel gemacht. Und Wagnumann, also da halt wirklich so dieses Eingespieltheit über alles. Und das hast du gemerkt, dass halt Stuttgart eingespielt hat und eine taktische Idee. Und Dortmund hat das in diesem Spiel überhaupt nicht. Und dann kommen halt noch diese anderen Defizite, über die wir auch noch reden können, so kämpferischer Natur. Wie gehen sie nicht in Zweikämpfer rein? Wie kann es sein, dass halt Stuttgart, war das, glaube ich, das 2-0, wo sie über links, oder 1-0, 2-0, glaube ich, wo sie über links durchkombinieren. Mittelstädt geht dann in den Innenweg, kann völlig frei den Chipball spielen und dann stehen hinten am zweiten Pfosten einfach vier Stuttgarter und zwei Dortmunder. Und Demirovic konnte, was war dann, Demirovic, glaube ich, völlig frei. Also ich fand, also erst mal Stuttgart auch oft vorne einfach präsent gewesen. Also mit vier Spielern teilweise vorne gestanden, haben die Räume da wirklich gut besetzt. Und ich fand Dortmund unfassbar passiv, als wenn die schleppten sich durch, keinen Zugriff bekommen, wussten nicht, wo sie hinlaufen sollen. Die wurden wirklich überrollt. Das war erschreckend zu sehen. Man hatte so das Gefühl, die stemmen sich mit nichts dagegen. Die finden keine Mittel. Und ja, das ist besorgniserregend, finde ich, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. Klar kann sowas mal passieren und man will dann auch nicht zu viel reininterpretieren. Sie hätten ja auch schon gute Spiele diese Saison. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist, die weiß, was sie machen muss, die einen Plan mit hat, die auch vielleicht reagieren kann, wenn man merkt, es funktioniert nicht, was wir uns überlegt haben. Wir machen jetzt mal was anderes, weil wir haben das getrainiert und wir haben ein Vertrauen in die Abläufe. Nichts davon war zu sehen. Ein Felix Metscher, der nach langer Verletzung jetzt wieder auf der Sechst anspielt neben Pascal Groß, funktioniert noch gar nicht. Sabitzer spielt jetzt eher so auf der Acht. Er will aber auf der Sechst spielen und ist da auch unzufrieden und will eigentlich da diesen Platz zurückhaben. Emre Can hat auch nicht funktioniert, nach Einwechslung natürlich erst. Hat diesen Fehler gemacht, dann noch vor dem letzten Tor von Undaf. Auch hinten teilweise die Zweikampfführung von einem Schlotterbeck, der Nationalspieler ist, der Ambition hat, auch in der ersten Elf zu spielen in der Nationalmannschaft, wie der da Milot durchlässt vor dem 4-1 oder was es da war. Also das war erschreckend, einfach ein wirklich erschreckendes Spiel von Dortmund. Also ich hab mal so ein paar Theorien, ich bin kein BVB-Experte, aber wenn ich mir so die Aufstellung angucke, mein erster, das Erste, was mir auffällt, ist, dass du ein Geschwindigkeitsdefizit hast. Du hast mit Adeyemi einen schnellen, aber dann hast du mit Brandt, Groß, Metscher, Sabitzer und halt der Vierer-Abwehrkette Anton-Sühle-Schlotterbeck. Rias unten nehm ich mal so ein bisschen raus, der hat natürlich einen guten Grundspeed, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht die schnellste Elf der Liga, die da auf dem Platz steht. Würde ich auch noch ein bisschen rausnehmen, weil er eigentlich tatsächlich auch richtig schnell ist. Ja, aber hat man ja auch dann gesehen, dass er nicht dahinter herkommt. Also für einen Innenverteidiger vielleicht, ja, aber also ich find, mir ist jetzt Süle noch nicht so schnell aufgefallen. Weil der so einfach so eine Maschine ist, aber der ist schon schnell. Ja, also auf jeden Fall bleib ich dabei. Ich find, das ist jetzt nicht ... Die haben auf jeden Fall mit Gittens, mit Jamie Gittens, mit Jan Kuto, mit Mahlen, du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Speed auf der Bank. Also kann man durchaus fragen, ob das dann so die richtige Entscheidung war. Aber ich hab unter der Woche gelesen, und das ist jetzt ein bisschen ein anderes Fach, aber ich versuch mich fast, aber ich versuch mich so ein bisschen da ranzumachen, weil was du angesprochen hast, das ist dieses, oder auch du, Kämpferische, dieses Entgegenstemmen. Und das ist ja etwas, was ich so ein bisschen ... Hab ich das Gefühl, dass wir da ganz oft beim BVB drüber reden. Dass wir ganz oft drüber reden, da wäre mehr möglich gewesen, wenn man noch ein bisschen bissiger ist, wenn man noch ein bisschen mehr rangeht. Das Stichwort Mentalität oder so, haben wir beim BVB, glaub ich, am meisten von allen Vereinen diskutiert hier in dieser Sendung. Wenn ich lese, ein Moukoku verdient 8,5 Millionen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da gehen bei mir die Alarmglocken hoch. Weil für mich ist da irgendwie, ist das Gehaltsgefüge schon auch, wenn du 17 bist und 8,5 Millionen im Jahr verdienst, obwohl du nur in den Jugendmannschaften geballert hast, sag ich mal, also zumindest noch nicht in der Bundesliga deine Duftmarke gesetzt hast, die dich in solche Gehaltsdimensionen bist. Du wärst damit Top-Verdiener in fast allen Vereinen außer bei Bayern. Dann frage ich mich, ob das nicht auch ein grundlegendes Problem ist, was der BVB hat, dass diese Leute da so mit Geld zugeschissen werden. Du hattest, letzte Saison hattest du einen Süle, der einfach keinen Bock mehr hatte. Der hatte keinen Bock. Der hat sich voll, weiß ich nicht, der war fett. Der hat nicht mehr gespielt, verdient 10 Millionen im Jahr. Also erklärt mir das bitte, ob das nicht auch eine Auswirkung hat, dass da eine Star-Truppe zusammengewürfelt wurde, die unfassbares Geld verdient. Zum Vergleich bei der Eintracht-Top-Verdiener ist die Kevin Trapp mit dreieinhalb Millionen vom Gehaltsgefüge. Und jetzt erklär mir die Diskrepanz zu einem Verein wie BVB und sag mir, dass das kein Problem ist. Ja, also die haben sicherlich viele Spieler auf der Payroll, die nicht das Niveau erreichen, was man sich von ihnen versprochen hat. Und wenn, dann auch nicht regelmäßig performen, sondern auch zu viele Spiele haben, wo sie nicht sichtbar sind. Adeyemi, finde ich, ist das beste Beispiel, der an guten Tagen Weltklasse ist und an schlechten Tagen einfach nicht existent ist. Und du weißt aber nicht, was du kriegst. Du stellst ihn auf und du weißt nicht, was kriegst du an dem Tag. Also würde das immer neu ausgewürfelt werden bei dem. Wenn der jedes Mal sein Potenzial abrufen würde, dann wäre der auch jeden Pfennig wert. Aber macht er halt einfach nicht. Er taucht einfach zu oft unter. Das hast du, glaube ich, an vielen Positionen. Felix Metcher ist noch überhaupt gar kein Faktor. Wird auch eine Menge verdient. Ich weiß nicht was. 6, 7 Millionen, sagt man. Auch eine Menge verdient. Süle hast du angesprochen. Das darf, ich meine, es kann Gründe haben. Ich weiß nicht genau, was das bei ihm für Gründe hatte. Deswegen will ich jetzt auch nicht den Stapel über ihn brechen. Aber er hat ja offensichtlich jetzt eine Kurve gekriegt. Wollen wir hoffen, dass er dabei bleibt. Aber in der letzten Saison war das... Süle angeblich 14, ich weiß nicht, ob es stimmt, 14 Millionen. Ja. 14 Millionen. Gehe da auf jeden Fall mit, was du sagst, dass man für das Geld, was die verdienen, zu wenig Leistung, zu wenig Konstanz ist. Robin Koch, 3 Millionen. Süle, 14 Millionen. Wobei ich da immer vorsichtig bin bei diesen Zahlen, weil du... Dann lass es 12 sein. For the sake of the argument. Lass dich mal drauf ein, auf das Argument. Ja, hast du die Zahlen her? Gegoogelt. Okay. Quelle googelt. Ja, gut. Nein, ist ja okay. Aber das ist ein Sportbild gewesen. I don't care, ob es 14, 12 oder 11 oder 10 sind. Geht auf das Argument ein und nicht auf die Kommazahl. Ja, ja, klar. Robin Koch, 3 Millionen. Süle, 11 Millionen. Erklär mir das. Das Problem ist natürlich, dass Dortmund für die Spieler mehr bezahlen muss. Aber ich glaube, das Problem ist dann eher die Transferpolitik, wenn du so willst. Dass du halt sagst, dass du halt... Und das haben wir ja auch schon öfter durchgekaut, dass Dortmund immer gefühlt die Bundesliga-Player of the moment kauft, aber dass das keine gute Transferstrategie ist, weil du da keine ganze Mannschaft kaufst. Und sie geben dann immer diesen Spielern auch so viel Geld, das hast du ja auch schon gesagt, so viel Gehalt, dass sie die gar nicht mehr loswerden. Weil natürlich ein Matcher, der, wenn er von Wolfsburg zu Dortmund geht, geht er dann nachher nicht mehr zurück zu einem Verein auf der Höhe von Wolfsburg, weil er natürlich sein Gehalt dann auch dementsprechend angepasst hat. Das Goretzka-Problem. Gürassi, das hat man ja auch gelesen, Gürassi hat, glaube ich, ein Gehaltsangebot gehabt von 8 Millionen von Stuttgart und wäre damit halt in absolut unhaltbare Sphären für Stuttgart gestoßen. Aber er hat natürlich das nicht angenommen dann, weil er woanders dann, ich weiß nicht, ob er da mehr verdient, aber ob er da anders schon auszugeben hat. Angeblich 12 Millionen. Ich sag nur, was ich lese. Klar, und das ist dann das natürlich dann das Problem, wenn du da Spieler hast, die dann nicht diese Leistung bringen, weil sie vielleicht entweder nicht so gut sind, wie du denkst, gedacht hast, oder weil sie halt nicht in dieser Form zusammenpassen, wie du es gedacht hast. Also das Gesamtpaket von Gürassi ist ein 70-Millionen-Paket, was der BVB geschnürt hat. Und da kann man mir doch nicht erzählen, dass das nicht irgendwo, also da gibt es doch meiner Meinung nach Vereine in der Bundesliga, die das besser machen, die die Kohle, das Geld besser ausgeben. Aber generell, wenn du nur so reiche Spieler hast, es tut mir leid, ich bin da, jetzt kann man sagen, ja bei Manchester City verdienen die noch viel mehr und rennen aber auch. Kann ja irgendwie sein, ich hab's auch noch nicht hundertprozentig durchentschlüsselt. Aber ich finde, da ist gerade beim BVB so eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was die ausgeben für Spieler und was dann die Spieler tatsächlich leisten. Und da finde ich, kann man mal drüber reden. Ja, natürlich, das ist ja auch einfach logisch, die sind die zweitreichste Mannschaft in Deutschland. Da kannst du nicht drüber vorbeidiskutieren, da können auch dann die Dortmund-Fans natürlich zu Recht meckern über Plastikkonstruktion und so weiter und so fort. Aber Dortmund hat das zweitmeiste Geld in Deutschland nach Bayern und dadurch müssten sie auch eigentlich jedes Jahr das zweitbeste Team sein. Auch mit Abstand, weil sie haben auch deutlich mehr Geld noch als Leverkusen und Leipzig zur Verfügung. Und dass sie das nicht sind, zeigt natürlich, dass da irgendwo Geld verbrannt wird im Kader, wenn du dir den Personaletat anschaust. Ja, wird's auch. Also ist ja ganz offensichtlich, weil, also erstmal die Transfers, die sie machen, die sind ja abgekommen von dem Weg, den Frankfurt jetzt übernommen hat, zu sagen, wir kaufen Weltklasse-Spieler und Talente. Ja, Weltklasse-Talente, sagen wir mal so, mit dem Potenzial zur Weltklasse angelegt und die spielen dann ein, zwei Jahre so, haben wir alles schon tausendmal diskutiert, die Haaland, Sanchos, Bellinghams und wie sie alle heißen, sondern die kaufen jetzt halt einfach Spieler wie Girassi, Sabitzer, Pascal Groß, Anton, die alle in einem Alter sind, wo die vielleicht in ihrer Prime sind, aber auch absehbar nicht mehr besser werden, sondern ein, zwei Jahre auf dem Niveau und dann würdest du langsam bergab gehen und dann wirst du die mit Glück nach Saudi-Arabien verkaufen können oder so, aber du wirst wirtschaftlich keine Gewinne mehr mit diesen Spielern machen. Das ist natürlich dann was anderes, eine andere Strategie so und in dem Fall noch funktioniert sie nicht, sie war letztes Jahr im Champions-League-Finale, es wird immer viel gemeckert, aber diese Spieler müssen natürlich den Verein dann auch voranbringen, die müssen den sportlich auf ein anderes Niveau heben, weil wenn du mit diesen Spielern die in diesem Alter sind, das gleiche Abruf wie mit jungen Spielern sozusagen, die dir ein wirtschaftliches Potenzial noch geben, dann funktioniert die Rechnung ja nicht, sondern die müssen ja wirklich den Verein auf ein Level heben, wo du vielleicht sogar im Titel spielst. Gleichzeitig kann man das ja aber auch andersrum sehen, also jetzt frei vom Finanziellen, man kann ja auch sehen, hier traf jetzt der Vizemeister der vergangenen Saison zu Hause auf den Tabellenfünften der vergangenen Saison, VfB Stuttgart hatte letztes Jahr zehn Punkte mehr, VfB Stuttgart hat jetzt halt nur die Mannschaft an den beiden Positionen verändert, wo die Spieler jetzt bei Dortmund auf dem Feld waren, also Anton und Girassi halt ersetzt, ansonsten war das dieselbe Mannschaft und diese Mannschaft ist halt besser einfach. Also die Mannschaft ist in diesem Moment, die war letzte Saison besser und ist dann natürlich jetzt klar, nach vier Spieltagen, auch trotz neuen Trainers, ist da jetzt noch nichts Neues da. Wenn du es jetzt positiv drehen willst, kannst du natürlich sagen, hey, das ist jetzt vielleicht so ein Schuss vom Bug für Nuri Schaden zum rechten Zeitpunkt, weil der jetzt auch intern sich hinstellen kann und sagen kann, nee Leute, ich möchte ja schon eine gewisse Form von nach vorne verteidigen sehen und wenn Adeyemi dann immer zehn Meter zu weit hinten steht, dann funktioniert das nicht, wenn Brandt seinen Gegenspieler nicht auf den Füßen steht, wenn wir da im Zentrum nicht da rangehen und ich denke, dass es da auch dann Konsequenzen geben kann, also wenn du da die richtigen Schlüsse draus ziehst. Man hat schon das Gefühl, Stuttgart ist eine Mannschaft ohne Allüren. Die sind jung und hungrig und die sind alle von der letzten Saison noch ganz berauscht, dass es funktioniert. Die kamen aus der Relegation, dann kam, also in Hoeneß hat sie in die Relegation geführt und dann merken die auf einmal, okay, wenn das, was der Trainer von uns will, das funktioniert und dann hast du so ein Vertrauen in den Trainer und alles, was der sagt, setzt du so um, weil du merkst, okay, alles klar, wir haben uns um 300 Prozent verbessert und wir spielen jetzt auf einmal in einem Bereich, wo es für alle von uns massiv mehr Spaß macht. Das System ist der Star, der Trainer ist der Star, Stuttgart ist eine Trainermannschaft, der Trainer ist ohne Zweifel der Star wenn du guckst, wo die vorher waren. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Bereitschaft, jedes Einzelnen sich in dieses Kollektiv einzufügen und die Wege zu gehen, die von dir erwartet werden und so zu spielen, wie es von dir erwartet wird, ist vielleicht auch eine andere als bei Dortmund, wo man eher das Gefühl hat, okay, die haben zwar Qualität, individuelle Qualität, aber da fehlt es an einem unverkennbaren System, an dem, was ein Hoeneß geschaffen hat. Das hat Dortmund einfach noch nicht. Etwas, was sich alle unterordnet, wo sich alle unterordnet. Das fehlt Dortmund irgendwie noch und ich muss aber auch kritisch anmerken, dass Schahin jetzt ja nicht, der ist neu im Cheftraineramt, aber der ist ja schon längere Zeit bei Dortmund, hat er auch Einfluss genommen. Der wurde ja nicht zum BVB geholt, damit sein Wort kein Gehör findet, sondern der konnte ja schon eine Zeit lang wirken. Wobei er halt Co-Trainer war. Also er ist jetzt nicht so, dass er jetzt sagen konnte, ich setze jetzt hier meine Spielidee um, so ich bin jetzt hier der Chef, sondern wenn am Ende Terges gesagt hat, ich will das anders machen, dann muss er es immer noch anders machen. Ich glaube, er hatte schon Einfluss, aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt seit drei Jahren schon im Klub ist, sondern der ist im Januar gekommen, sondern der hat jetzt vier Spieltage gehabt. Ich will das jetzt auch nicht schönreden, weil das war halt wirklich eine Offenbarungseit eigentlich, diese Partie. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, man kann schon 100 Prozent genau erkennen, was das wird am Ende. Also es gibt ja auch genug Beispiele, wo es halt dann Trainer dann noch geschafft hat, um den Turnaround hinzubekommen. Sei es jetzt Mikael Ateta in Arsenal, der dafür sehr lange gebraucht hat. Ich erinnere mich, Rosi Mourinho's Zeit bei Real Madrid hat damit angefangen, dass sie 5-0 gegen Barca einen Derby gewonnen, einen Klassico verloren haben. Wo das Mourinho dann aber nachher auch clever genutzt hat und gesagt hat, so jetzt seht ihr, wenn ihr nicht das macht, was ich will, dann geht das so aus. Das kann ja auch positiv ausgehen, für Schein, will ich damit nur andeuten. Aber es ist natürlich trotzdem auch, dass du taktisch so unterlegen bist, ist ja auch deine Trainergeschichte. Ja, also wir gehen sehr hart mit Dortmund ins Gericht. Aber das haben sie sich auch verdient. Ja, 5-1 bei Stuttgart, da muss man auch hart ins Gericht gehen. Jetzt haben sie die Chance im nächsten Spieltag gegen Bochum. Da ist es ein Pflichtsieg, weil du kannst dir vorstellen, wenn sie gegen Bochum nicht gewinnen, dass dann auf jeden Fall der Baum brennt, noch mehr als das sowieso schon tut. Aber das war ein schwacher Auftritt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja komm, einmal so ein schwacher Auftritt. Stuttgart auch gute Mannschaft, die da auch extrem aufgeladen waren, auch aufgrund dieser Transfergeschichten und so wahrscheinlich auch richtig Bock hatten. Sind gut ins Spiel gekommen. Und dann wollen wir mal jetzt noch nicht komplett ein Abgesang auf den BVB machen. Aber ich fand's schon, ich find's schon auffällig, dass da so viele namhafte Spieler sind, die auch so viel gutes Geld verdienen und dann die Basics nicht machen. Du hast Schlotterbeck erwähnt, dann dieser Pass von Emre Can. Also das ist ja, du traust dich ja im Training nicht so zu spielen. Du darfst ja im Training nicht mehr mitmachen, wenn du so einen Pass im Training spielst. Dann sagt der Trainer, komm, geh nach Hause. Heute trainierst du nicht mit. Also das in einem Bundesligaspiel, das sind schon so ein paar Sachen, wenn ich überlege, wie viel Kobel noch rausgefischt hat. Also das hätte, das muss man sich ja mal vorstellen, das hätte auch acht, neun Gegentore geben können für den BVB. Das darf man nicht vergessen. Ja, find ich schon, fand ich schon ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Und ich bin kein BVB-Fan, aber es hat mich ja abgefuckt. Ja, absolut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach nicht und das regt mich auf. Ich empfinde das als ungerecht. Fühlt sich persönlich davon angegriffen. Ja, natürlich. Man kann sich an der Seite ganz drüber freuen, so als Frankfurt-Fan, wenn da Dortmund patzt. Ja, natürlich. Man braucht es vorne weiter rein zu holen. Man hat Stuttgart gewonnen, ne? Ja, klar. So oder so. Stuttgart kann man auch noch mal loben, nicht? Ja, das stimmt. Weil wir halt am Anfang, haben wir schon gemacht, auch jetzt viel, aber trotzdem, weil sie ja Anfang der Saison sind sie ja nicht gut reingeschaltet. Wir haben auch so ein bisschen Grätsel, das Spiel gegen Freiburg war schlecht, dann dieses 3-3 gegen Mainz, wo sie die Chance nicht gemacht haben. Jetzt hatten sie eine super Woche wieder. Also jetzt dieses 1-3 in Madrid auch, da haben sie sich ja super teuer verkauft und das hätten sie eigentlich auch gewinnen können mit einem besseren Chancenwert in der ersten Halbzeit. Und jetzt dieses Spiel gegen Dortmund zeigt halt auch, dass sie eine erste Elf haben, die funktioniert. Und wo auch der Trainer genau weiß, auf die kann ich im Zweifelsfall setzen. Mit ein, zwei Veränderungen. Aber sie haben ja noch ein gutes Grundgerüst aus der letzten Saison, das eben nicht komplett auseinander gesprengt wurde durch die Transfers. Und das war auch ein Sieg, der enorm wichtig für das Selbstvertrauen von VfB ist. Weil die jetzt wissen, ey, was du auch gesagt hast, wir haben zwar Spieler verloren, aber wir haben immer noch Qualität, wir können immer noch den Fußball, der uns letzte Saison ausgezeichnet, den können wir hier immer noch machen. Und ich glaube, das war so ein sehr wichtiges Spiel auch auf die Saison gesehen für den VfB-Studio. Jetzt 4-0 verloren oder so, werden vielleicht Zweifel gekommen, sind wir noch so gut, war das jetzt doch nur so eine Einmalsaison, irgendwie, keine Ahnung, dies, das. Aber jetzt 5-1 gegen Dortmund ist schon auch eine ziemliche Ansage, zu sagen, wir wollen weiterhin da oben in der Tabelle sein. Ich würde gerne noch einen Faktor noch mit einbeziehen, der für Stuttgart spricht. Die kamen ja aus der Champions League und haben in Madrid gespielt, in Bernabeu. Und haben da auch sehr gut gespielt, haben dann natürlich verloren. Klar, am Ende gibt es einen klasse Unterschied, aber die haben sich sehr gut verkauft. Und das ist ja auch so ein Test, Union Berlin hatte das Gleiche. Letztes Jahr bei der Champions League auch gegen Real. Und dann zurückzukommen, jetzt haben sie, vielleicht war das sogar gut, dass sie direkt danach gegen Dortmund gespielt haben, weil das nächste Highlight anstand, weil die Rückkehr von Anton und Guirassi, da willst du als Mannschaft den zeigen, es war ein Fehler von euch. Die Fans haben Anton einfach knallhart ausgepfiffen über 90 Minuten, das war gellend. Und vielleicht war das sogar gut, weil die Fallhöhe dann nicht so krass war zwischen Madrid Champions League und dann vielleicht in Kiel spielen oder sowas. Aber das haben sie auch sehr gut hinbekommen, diese Transition, sag ich mal, in den Liga-Alltag. Das ist so witzig, dass sie halt, ich verstehe das und das ist auch alles cool, dass sie Anton so viel mehr auswerfen als Guirassi, als Kapitän oder jemand, der dann sowas sagt. Aber zwei-, dreimal gab's halt den Pass von Anton zu Guirassi und dann hätte ich gedacht, dass sie noch weiterfeifen, aber sie haben halt aufgehört bei Guirassi. Also Guirassi wurde ja eigentlich praktisch gar nicht ausgefiffen und Anton wurde komplett ausgefiffen über 90 Minuten durch. Ja, weil's einfach unterschiedliche emotionalen Werte auch hat und Guirassi hat ja auch lange diesen Abschied angekündigt und dann war er eigentlich noch ein Jahr länger da, als man erwartet hat. Genau. Trotzdem schon witzig. Ja, aber ich glaube, das ist genau das Ding. Fans wissen auch, dass gute Spieler wechseln. So, das ist nicht das Thema. Es geht auch immer um die Art und Weise, wie man umgeht. Ich erinnere mich damals mit Jermaine Jones, die Geschichte, bei Eintracht Frankfurt, der Käpt'n war und jetzt, der hat Stadionverbot seitdem. Also, das ist so, du musst ... Ich glaube, Fans haben dann schon ein ganz gutes Gespür dafür, ob einer Scheiße labert oder ehrlich ist. Und ich glaube, Fans respektieren das. Wenn du sagst, ey, Leute, ich werd euch verlassen, das ist für mich ein Traum, dies, das, dann finden die Fans es auch nicht toll, einen geliebten Spieler zu verlieren, aber es ist was anderes zu sagen. Oder Adi Hütter. Ich bleibe und zwei Wochen später woanders hinzugehen, sowas find ich dann auch vollkommen in Ordnung, wenn das dann Spieler nochmal verbal zu hören bekommen. Da müssen sie dann durch. Ja, das stimme ich zu. Da müssen sie durch. Ja, Stuttgart, die haben sich jetzt so ein bisschen wieder zurückgekämpft. Ich weiß noch, diese Nachricht von Noah, als er dann für diese Spiele gegen Gladbach und Dortmund prophezeit hat, ja, da holst du dann auch nix. Der war schon in einer richtig düsteren Stimme. Ihr habt es ja gehört in der letzten Sendung, das Unentschieden da gegen Mainz, Last Minute und so weiter. Er war richtig pisst. Und jetzt zwei Siege gegen Gladbach und gegen Dortmund. Ich glaube, Noah ist jetzt wieder ein bisschen besänftigt in der Tabelle. Vielleicht haben wir die vorliegen, können wir noch mal ganz kurz reingucken, weil es ja durchaus ganz interessant ist für da oben. Sehen wir nämlich jetzt Stuttgart auf Platz sieben, also mit sieben Punkten. Da sehen wir es. Also das ist jetzt auch nicht so, dass Stuttgart jetzt hier gerade auf Tuchfühlung und Meisterschaft ist. Die hatten diese Siege auch bitter nötig nach dem schleppenden Saisonstart. Und Dortmund ist noch sogar dahinter. Also das ist für beide sieben Punkte, aber man hat das Gefühl, man bewertet es ganz unterschiedlich. Ja, es ist ja noch so früh in der Saison, es sind jetzt zwei Punkte hinter Leverkusen auf Rang zwei. Und Leverkusen spielt nächste Woche gegen Bayern und dann nehmen sie gegenseitig Punkte weg. Also von daher ist es halt wichtig, dass du da vorne einfach dran bleibst und dass du nicht einen Abstand entstehen lässt so früh schon. Ja, absolut. Das wäre auch langweilig. Die Bayern marschieren da durch, sind offensichtlich im Maschinenmodus. Und ich würde sagen, wir machen da direkt auch weiter mit dem Worausschauen auf das Spitzenspiel des nächsten Spieltags Leverkusen gegen Bayern. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Aber wir wollen auch mal gucken, was diese beiden Mannschaften nämlich machen. Leverkusen ist so ein bisschen in dem Modus, in dem sie letzte Saison aufgehört haben, dass sie zwar überlegen sind und man die Qualität sieht, die sie haben, aber es fehlt die Effizienz und sie müssen immer bis zum Schluss zittern. Das war auch dieses Mal so. Gegen Leipzig ist es schon schief gegangen. Auch da hatten sie noch Chancen, aber es hat nicht geklappt und jetzt gegen Wolfsburg musste es dann wieder so ein Last-Minute-Treffer sein. Also bei aller Qualität, die nach wie vor offenbar ist, tut sich Leverkusen sehr schwer, die Ergebnisse einzufahren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man aus Leverkusen-Sicht, wo man wirklich aufpassen muss, weil das kann ja nicht jetzt jede Woche so funktionieren. Letztes Jahr hatte man schon gedacht, man reißt das mal und die müssen einfach zurückkommen zur Effizienz und vor allem müssen sie hinten ein bisschen stabiler stehen. Drei Tore gegen Wolfsburg zugelassen. Es ist zu viel. Es ist vor allen Dingen auch irgendwie so eine sehr experimentelle Aufstellung gewesen, weil ich finde, letzte Saison, was Leverkusen ausgezeichnet hat, worüber wir auch immer gesprochen haben, ist, dass wir gesagt haben, jeder Spieler ist auf seiner Position, wo er gut ist, wo er sich wohlfühlt und du wusstest zwar genau, was passiert, es war jetzt nicht überraschend wie Leverkusen-Spieler, die waren einfach so gut und eingespielt, dass es einfach funktioniert hat. Jetzt hattest du mit Mukele und Belusian zwei komplett neue Außenverteidiger, Frimpong aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, erst mal außen vor, was echt ein bisschen weird ist in meinen Augen, weil das der krasseste ist eigentlich. Dann hast du Andrich auf der Bank, stattdessen Garcia, wobei wir letzte Saison noch gesagt haben, was für ein geiles Duo Schakka und Andrich ist, wie gut das funktioniert hat. Dann hast du Adli und Schick als Sturm-Duo, also da war schon sehr viel Rotation. Ja, Rotation natürlich, aber Rotation kannst du sagen mal ein, zwei, das waren jetzt fünf Positionen. Ich weiß nicht, ob man da schon fast von Arroganz sprechen kann oder von Überheblichkeit, aber das ist schon, finde ich, für Leverkusener Verhältnisse, zumindest so wie wir sie unter Alonso jetzt kennengelernt haben, ist das schon krass auffällig, wie viel Edda geändert hat und es hat ja dann auch nicht so geklappt, wie er sich's vorgestellt hat. Der Unterschied auch ein bisschen, aber zur letzten Saison ist, vergangene Saison haben sie auch rotiert, aber dann war in der Europa League häufig so eine 1A-Elf, in Anführungszeichen. Jetzt nicht ganz so viel wie mit fünf Positionen, wie sie es jetzt gemacht haben, aber da haben sie öfter mal in der Europa League so mal einen Spieler geschont. Und jetzt ist es halt Champions League, da bringst du die beste Elf und da spielt dann halt die beste Elf und jetzt in der Bundesliga wird dann eher mal geguckt, okay, wo kann ich jetzt hier Einsatzzeiten verteilen? Und das ist dann so ein bisschen in der ersten Halbzeit auf die Füße gefallen, wo man da auch ganz deutlich sagen muss, die Spieler, die abgefallen sind, sind ja die Neulinger gewesen. Also die, die noch nicht 100 Prozent in diesem Spielsystem von Alonso drin sind. Belossian, der hat ein schlechtes Spiel gemacht, also der hat ein paar Stellungsfehler drin gehabt, der war auch nicht unbeteiligt. Mukiele hat ja ein Eigentor geschossen, war auch sonst relativ wenig präsent. Es sind auch beide dann zur Halbzeitpause dementsprechend ausgewechselt worden, weil der deutlicher Qualitätsabfall spürbar war. Und ich finde auch, es macht noch einen Unterschied, ob ein Palacios im Mittelfeld spielt, der nicht fit ist, der aber einfach im Gegenpressing so viel abwürgt, was dann gar nicht erst ankommt hinten bei der Abwehr. Und ein Garcia, der hat dann nicht ganz diesen Spirit und nicht ganz diese Geschwindigkeit. Dadurch verteidigt jetzt Schacker wieder weiter vorne und ist nicht mehr so dieser Sicherheitsanker vor der Abwehr. Das sind so ganz minimale Details und du musst auch sagen, Leverkusen hat auch ein bisschen viel Pech, weil momentan ist gefühlt jeder Torschuss des Gegners drin. Also Wolfsburg hat ja nicht viel mehr Torschüsse gehabt, als das, was sie reingemacht haben. Aber wenn du guckst, sie haben jetzt neun Gegentore nach vier Spielen. Und in der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison hatten sie zwölf Gegentore. Also jetzt haben sie noch drei Gegentore gut eigentlich in den nächsten 13 Spielen, wenn sie den Wert knacken wollen von letzter Saison. Also defensiv ist das nicht eben dasselbe Niveau, wenn du so viel rotierst und wenn du nicht die Abläufe drin hast, die du drin haben musst. Du musst ja vor allem Leute in das System integrieren. Und da ist halt immer die Frage, wie viel, also das ist ja so wie, als wenn du, du hast ein Gefäß und kippst dann immer Fremdflüssigkeit rein, die sich dann an, und wenn du aber zu viel Fremdflüssigkeit rein, dann schmeckt das nicht mehr nach der ursprünglichen Geschmacksrichtung. Gibt es Sinn? Das ist eine sehr schöne Meta. Ja, weil du darfst halt nicht zu viel reinkippen, sondern du musst halt tröpfchenweise und wenn du halt in der Viererkette zwei neue Spieler hast, die das System noch nicht verinnerlicht haben, die jetzt auch vielleicht nicht so viel trainiert haben oder so, dann funktionieren die ganzen Abläufe nicht und dann kann das natürlich sein, dass das ganze Konstrukt kollabiert. Dann hast du, und Garcia hast ja auch gesagt, im Mittelfeld noch, Adli und Schick kennen das System, sind natürlich jetzt vielleicht nicht immer erste Wahl, da würde natürlich ein Boniface spielen, der nochmal ein ganz anderes Niveau hat, aber die kennen zumindest das System und wissen, was sie machen müssen, aber insbesondere, wenn du dann halt, wie gesagt, Mokele, Belusian und Garcia drin hast, das reicht ja, dass die Außenverteidiger, Mokele ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp als ein Frimpong. Ein Frimpong spielt ja fast Außenstürmer. Der hat halt diese Geschwindigkeit, der kann nach hinten auch natürlich dann auch Löcher stopfen mit seiner Geschwindigkeit, wenn er zurückläuft, aber der ist in erster Linie ja vorne. Macht die Vorbereitung, läuft bis zur Grundlinie, macht den Gegner müde, überläuft den Gegner, whatever. Das ist ja ein ganz anderes System mit einem Mokele drin, weil ein Teller, der normalerweise sich mit Frimpong abwechselt, ist eher noch der Spielertyp Frimpong. Und ein Mokele ist ein ganz anderer Spielertyp. Also das ist schon, glaube ich, eine Herausforderung, die Neuzugänge zu integrieren. Und im Idealfall machst du es so, dass du einen, maximal zwei vielleicht, reinnimmst. Die lernen dann von den anderen oder so werden dann auch vielleicht von einem Chakka dirigiert. Mach mal mehr das, mach mal mehr das. Aber wenn du dann halt mehrere Leute hast, ist ja auch schwierig für die, die noch übrig sind, die alle anzuleiten und zu sagen, hey, jetzt mach mal mehr das, mach mal mehr das. Du brauchst ja auch jemanden, so einen Thomas-Müller-Typ, der dann den Leuten sagt, was sie zu tun haben auf dem Feld. Das ist ja eigentlich ein Chakka. Und jetzt Palacios und Andrich fehlen dann einfach, das ist sehr gewagt gewesen, glaube ich auch. Es kann sich vielleicht nach hinten in der Saison auszahlen, weil wenn du denen jetzt diese Zeit gibst und die einfach reinschmeißt und die Learning by Doing machst, du hast den Mut und du gewinnst das Spiel trotzdem, kann das natürlich sein, dass die Rechnung nach hinten aufgeht. Ja. Vielleicht hat auch Leverkusen ein bisschen Qualität tatsächlich verloren mit einem Abgang von Stanisic und Kusunu, die gut funktioniert haben in Leverkusen, die sind noch nicht gefühlt 100 Prozent ersetzt. Wenn da noch ein bisschen Verletzungspech dazu kommt, nicht auszudenken, was passiert, wenn man ein Wirt oder ein Chakka sich verletzt. Ja, das darf nicht passieren, klar. Oder Grimaldo, also diese Säulen. Trotzdem sehe ich es eher positiv auch, dass es am Ende noch gut gegangen ist. Also nicht nur, dass es am Ende gut gegangen ist, sondern wenn man das jetzt ganz, versucht mal einen Blick rauszuwerfen, was ist passiert. Leverkusen hat halt drei, vier Chancen zugelassen in der ersten Halbzeit. Wolfsburg hat davon zwei gemacht. Wolfsburg hat gute Standards geschossen vor allen Dingen. Also die Standardschwäche, die hatten wir bei Leverkusen auch schon mal in der Vergangenheit. Aber in der zweiten Halbzeit war es ja dann ein Spiel auf ein Tor. Und klar, wenn dann Wolfsburg im 5-4-0 dann am Ende zu zehnt und vorher im 5-4-1 am eigenen Strafraum steht, dann hast du nicht mehr jede zweite Sekunde einen Torschuss. Das haben wir auch jetzt gesehen bei Arsenal gegen City, wie schwer das halt ist, wenn der Gegner so tief steht und dann da eine Torschuss rauszuspielen. Aber sie haben halt die Torschussen rausgespielt. Und am Ende war es jetzt auch wieder nicht so, dass man sagen kann, oh, jetzt aus dem Nichts heraus schießt Leverkusen plötzlich das Tor. Sondern das hatte sich ja schon angedeutet. Das hat sich ja minutenlang vorher angedeutet. Und wieder und wieder kamen diese Bälle rein. Und wieder und wieder haben sie es geschafft, sich da irgendwie durchzuspielen. Und dann am Ende fiel das Ding dann. Das war jetzt nichts, keine Überraschung. Das war nicht so aus dem Nichts heraus. Sondern das war typisch Leverkusen. Die haben den Gegner weich gespielt. Der Gegner war am Ende zu 10. Der Gegner hat am Ende nichts mehr zustande bekommen, um hinten rauszukommen. Und dann kannst du sagen, ja, es ist halt gut gegangen. So, sie haben halt die Punkte. Nächste Woche gegen Bayern werden sie garantiert ihre beste Elf aufstellen. Da wird garantiert, wenn überhaupt nur ein Neuzugang drinsteht und vielleicht auch gar keiner, weil sie dann sagen, okay, jetzt geht wieder eingespielt halt vor. Und dann ist es so ein bisschen dieser Stuttgart-Effekt, den wir jetzt erlebt haben vielleicht. So meine Prognose. Ja, also das, Champions League ist es auch in der Woche oder nicht? Nee, Champions League, jetzt ist die Europa-League-Woche. Jetzt haben sie sogar Pause, siehst du? Das heißt, genau wie du sagst, die haben dann jetzt ein bisschen geschont und die werden natürlich nächste Woche 100 pro Frempong, Tabsobatar. Dann wird Palacios wahrscheinlich nicht spielen. Der ist noch nicht für 90 Minuten. Der wird auf jeden Fall André spielen. Nkapi wahrscheinlich für Belossian. Und Schick wird weichen müssen für Boniface auf jeden Fall. Also das wird eine andere Mannschaft sein. Ist Teller nicht verletzt? Ist aber gar nicht im Kader, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, also noch mal wieder gut gegangen für Leverkusen, muss man sagen. Weil du willst halt auch, auch wenn man da vielleicht ein Understatement macht, aber du willst ja schon um die Meisterschaft mitspielen. Ja, natürlich. Du bist Titelverteidiger. Und du kannst einfach, jetzt hast du gegen Leipzig diese Punkte gelassen, was unnötig war, weil sie die bessere Mannschaft waren. Aber die Bayern bieten nicht so viel an dieses Jahr. Man muss natürlich auch sagen, dass dann Leverkusen noch ein Stück weit profitieren von der roten Karte. Also das ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann gegen Leverkusen, die letzten 20 Minuten mit einem Mann weniger zu spielen. Weil wir wissen, wie die am Ende noch mal Holz ins Feuer werfen. Und wenn du dann auch noch einen Spieler weniger hast. Ich finde dafür hat's, Wolfsburg hat's eigentlich ganz gut gemacht für das, was Wolfsburg halt ist. Also die haben einfach, spielerisch können die da natürlich nicht mithalten, aber es war eigentlich eine okaye Leistung. Hasenhüttl würde sagen, wieder nicht belohnt mit einem Punkt. Wie er das jetzt wahrscheinlich schon nach dem einen oder anderen Spiel diese Saison gesagt hat. Also trotzdem würde ich sagen, dass mit Wolfsburg ein schweres Auftaktprogramm. Mit Bayern, Eintracht, Leverkusen. Ich glaube, jetzt kommt noch Stuttgart, also die haben quasi die ganze Top 5 zum Start. Also ich glaube, Wolfsburg, wenn die diese schwere Phase überstehen und da cool bleiben und nicht gleich schon wieder Hasenhüttl nach Hause schicken, weil die Ergebnisse nicht stimmen, dann glaube ich, wird Wolfsburg noch kommen. Weil die haben einen guten Kader meiner Meinung nach. Aber jetzt natürlich erst mal schlecht gestartet und sich nicht belohnt für die Leistung gegen Leverkusen. Das ist natürlich am Ende schwierig zu sagen, weil sie hatten jetzt 20 Prozent Ballbesitz gegen Leverkusen, hatten gegen Bayern auch nicht viel mehr Ballbesitz, haben da aber aus dem Wenigen viel gemacht und haben es dann vor allen Dingen kompakt verteidigt. Wirklich dieses Auffordungsvolle, was ja Kovac immer schon sehen wollte, das haben sie jetzt wirklich auf den Platz gebracht. Und auch die Umstellung zum 5-4-1, die hat natürlich dann jeden offensiven Vibe gekillt, aber die hat dann dafür gesorgt, dass eben Leverkusen sich die Zähne ausgebissen hat. Das musst du ja auch trotz vier Gegentoren ist so eine defensive Grundkompaktheit da und auch einen Willen zu verteidigen. Und da musst du halt jetzt gucken, dass du das dann in den Spielen, wo du dann Punkte holen kannst, eben ausbaust mit anderen Elementen. Wenn du das spielen musst, wenn der Gegner sich hinten rein stellt, das ist auch kein Selbstläufer. Ich würde da auch auf dieses Tabellenbild eben nicht so viel geben. Das hast du ja gerade gesagt, gegen Bayern und gegen Leverkusen kannst du halt verlieren und gegen Frankfurt auch. Das ist am ehesten noch, wo du dich über eine etwas schwache Leistung ärgern darfst und den Sieg gegen Kiel hast du geholt. Also da gibt es noch andere Momente dann im Verlauf der Saison, wo du dann eben Punkte holen kannst, schrägstrich musst. Also, glaube ich auch, sollten wir jetzt nicht die Krise ausrufen in Wolfsburg. Zumal nicht nach so einem Spiel, wo du beim Meister lange Zeit gut mithältst. Yo, also, Leverkusen macht Leverkusen Sachen und Bayern macht wieder Bayern-Sachen, die, das ist der Grund, weshalb Nico nicht da ist, Werder Bremen einfach sowas von auseinandergenommen haben und das ist leider nicht das erste Mal in der Saison, dass sie eine Mannschaft auseinandernehmen. Gut, davor war es Kiel, aber die Art und Weise ist erschreckend. Das erinnert an Guardiola-Zeiten, dass die Bayern eine Hungrigkeit haben, eine Bissigkeit, die wollen das wieder gut machen, die wissen auch, letztes Jahr war Katastrophe, eigentlich die ganzen letzten Jahre waren Katastrophe, diese ganzen, der ganze Spott, der auch über die Bayern ausgekippt wurde, Nagelsmann-Entlassung, dann diese Trainersuche, diese endlose, peinliche Trainersuche, die dann in Kompanie gemündet ist, dann einige Neuzugänge und so weiter und die sind jetzt richtig hungrig, die haben richtig Bock und Naby ist wieder da, Ulissea hat eingeschlagen, Sané wird zurückkommen, Kane ist in Topform, Musiala ist in Topform, also mit den Bayern ist zu rechnen und es wird nicht die letzte Mannschaft sein, die, die auseinandernehmen, weil die Qualität haben die Bayern und das viel Wichtigere ist, sie haben Bock und sie haben unter Kompanie wieder diesen Hunger und auch ein System, was funktioniert. Ich habe mal eine Frage, ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, gucke jetzt hier auf die Statistik, wie erklären sich sechs Kilometer mehr Laufleistung bei den Bayern, wenn die gleichzeitig aber auch 70 Prozent Ballbesitz haben, normalerweise würdest du doch denken, dass die andere Mannschaft mehr läuft, aber warum hat Bremen sechs Kilometer, das ist ja schon deutlich weniger, sechs Kilometer. Das war auch eine einseitige Geschichte, also einerseits muss man sagen, dass Werder Bremen nach dem 0-3 dann gar nichts mehr gemacht hat, also da hast du wirklich gemerkt, die wollten, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, jetzt mit 0-5 sofort vom Platz zu gehen, hätten sie es angenommen und dann hat sich da, glaube ich, auch dann der Laufwert der Bayern gesteigert, weil dann auch noch Spieler von der Bank kamen, die sich auch noch zeigen wollten und Bayern haben wirklich bis zum letzten Minute alles gegeben da und aber das haben wir auch schon so ein bisschen in den vergangenen Wochen analysiert, die Bayern machen enorm viele Laufwege jetzt im Ballbesitzspiel. Das ist nicht statisch, sondern immer wieder ein Davis, ein Limer war es jetzt, glaube ich, die jetzt immer wieder ins Zentrum eingezogen sind, dann Musiala, der ja überall zu finden ist, der einfach nochmal seinen Laufwert enorm steigert. Und das ist nicht sehr statisch, das Ballbesitzspiel. Die haben auch immer wieder Ruhephasen drin im Ballbesitz, klar, aber die geben dann immer mit Sprints und mit intensiven Läufen versuchen sie immer wieder irgendwo was freizuprügeln beim Gegner. Das hat jetzt gegen, da hat er wieder geklappt. Und ich würde es jetzt auch alles nicht zu hochhängen, klar, wenn du dir die Gegner anguckst, das war jetzt, Bayern hat noch nicht den riesen Stolperstein gehabt, aber trotzdem in einer Woche gegen Kiel, Zagreb und Bremen 20 Tore zu schießen. Das ist einfach so ein krasser Unterschied im Vergleich zur vergangenen Saison, wo es immer passieren konnte, dass sie gegen so ein Bremen verlieren. Und letzte Saison haben sie gegen Bremen verloren. Und das scheint momentan so absolut unmöglich, weil die so im Ballbesitzspiel in so einem Dominanzmodus wieder sind und auch bei Balleroberung. Darfst du ja nicht vergessen, zwei der Tore waren halt wirklich Pressingtore. Und bis zum 1 zu 0 war das auch noch ein relativ zähes Spiel, wo Werder auch gut verteidigt hat im 5-3-2. Und dann schafft es Bayern halt über ein Pressing einen Ballgewinn auf links gegen Weiser zu holen und dann innerhalb von sechs Sekunden oder sowas den Torabschluss hinzubekommen. Das war ja gegen Kiel auch schon so. Ja, das war gegen Kiel auch so. Dieser abgefangene Ball von Nabry und dann superschnell. Also du hast das Gefühl, das ist schon, also natürlich beim Pressing lauerst du ja immer auch so ein bisschen, aber das gehört schon jetzt auch zum Konzept, den Gegner so massiv unter Druck zu setzen im Anlaufen, Fehler zu zwingen und dann blitzschnell, also wirklich blitzschnell die Gegenoffensive zu suchen. Das scheint zumindest gegen Vereine, die vielleicht nicht ganz so sicher im Rauskombinieren hinten sind, gut zu funktionieren. Die Frage ist, warum kombiniert Werder Bremen gegen das Pressing hinten raus? Ja, weil es ist ja vergangene Saison, hat es ja geklappt beim Spiel gegen die Bayern. Da haben sie ja relativ viel Ballbesitz gehabt und auch ganz gute Ballbesitzmomente und haben gedacht, vielleicht wollen wir das wieder, diese Pässe raus, auch den Flügel und von dann da irgendwie das Zentrum suchen. Aber das war gegen Tuchel, da wurde nicht so krass gepresst. Ja klar, aber jetzt haben sie es halt wieder versucht und es ist halt diesmal schiefgegangen. Vielleicht ein bisschen Naivität. Ja, eben. Es ist auch erst rum sprechen quasi, dass du das jetzt eben nicht mehr machen kannst, sondern am besten jeden Ball langboilst und dann hoffst, dass Upamecano oder Kim dann Schnitzer machen und dann der Stürmer frei durchlaufen kann. Ja, du musst jetzt wieder gucken. Unter Tuchel war klar, wie die Bayern spielen, was die machen und wie du dem vielleicht auch beikommen kannst. Hat sich dann ja auch rumgesprochen. Jetzt ein neuer Trainer, jetzt musst du erstmal wieder ein System finden, eine Art und eine Herangehensweise finden, wie du den Bayern wehtun kannst. Und das kann durchaus sein, dass jemand das entschlüsselt und die dann irgendwas finden und die Schwachstellen offenlegen. Aber du hast halt auch diese, und das sind zwei Faktoren. Das eine ist halt, wie du da rangehst taktisch, wie du presst, was dein Laufweg und so weiter. Und das andere ist einfach, wie die Spieler Bock haben. Das ist bei Bayern einfach so, weil das die individuelle Qualität bei den Bayern, die höchste in der Liga, ist es ja schon immer so gewesen. Und dann ist es bei den Bayern, siehst du ganz oft, harmoniert das mit dem Trainer, ist Unruhe im Umfeld und so weiter. Gibt es vielleicht Ausreden, gibt es Alibis für die Spieler und jetzt läuft diese Maschine wieder. Und das, ich befürchte fast, dass auch wenn die Gegner sich vielleicht auf Company dann einstellen können, die Qualität in Kombination mit der Lust am Tore schießen, die die Bayern haben, mit der Lust an der Bewegung. Und das ist ja auch das Ding, was du gerade fragst, warum hat Bayern mehr Kilometer? Das liegt ja auch daran, dass sie Bock haben, sich zu bewegen. Ist ja so. Macht natürlich auch mehr Bock, wenn du dauernd in der Offensive bist. Ja, die haben wieder Spaß. Man hört aus Bayern-Umfeld, das Training macht wieder Laune, die macht einfach Spaß an ihrem Job gerade. Und wenn die Bayern, die Bock haben, sind gefährlich. Du hast keinen Bock, gegen Bayern München zu spielen, wenn die Bock haben. Das funktioniert leider nicht. Also die Idee von Bremen war ja auch, so wie ich das verstanden hab, kannst du gerne noch mal was sagen, Tobi, dass man sich sehr hinten reinstellt, um, also nicht sozusagen hochsteht, um auch nicht diese Geschwindigkeitsvorteile sozusagen der Bayern geltend zu machen, weil du dann von Coman und Olysee einfach vernichtet wirst. Aber dieses Hintenreinstehen hat halt dafür gesorgt, dass halt eine Angriffswelle nach der anderen über Bremen geschwappt ist. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Was muss man denn machen gegen diese Bayern? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, was du da machen musst. Also was Bremen, ich kann nur sagen, was Bremen versucht hat jetzt erstmal. Also Bremen hat versucht, im 5-3-2, eben wie du es gesagt hast, tief zu stehen. 5-3-2, drei Innenverteidiger, drei Sechser davor. Die beiden Stürmer müssen auch viel Arbeit nach hinten machen. Du hast ein sehr kompaktes Zentrum. Du willst das Zentrum dicht machen, den Gegner am Pass auf den Flügel verleiten und dann da gucken, dass du ihn da hältst und dass er möglichst die Verlagerung nicht spielen kann. Das hat Werder auch in der ersten Heimstunde gut gemacht. Aber wenn natürlich dann die Bayern mit Davis und Leimer da ins Zentrum reingehen, wenn da Pavlovich und Kimmich sind, wenn da ein Musialer sowieso macht, was er will, hast du da immer eine Unterzahl. Du musst immer aufstocken, du musst immer nach hinten arbeiten. Und irgendwann war es dann halt so, dass die Werderaner sich so weit haben zurückdrängen lassen, dass Kimmich keinen Druck mehr bekommen hat und immer mit Gericht zum Tor spielen konnte. Dann ist so Game Over. Weil dann spielt Kimmich irgendwann seine Chipbälle und dann kannst du die Chipbälle nur noch klären und dann klärst du den Chipball und dann kommt der nächste Chipball und dann bist du halt in so einem Teufelskreis gefangen. Und das Zweite war natürlich, dass sie dann nach der Pause auch ein bisschen offensiver versucht haben zu spielen, die Bremer, weil sie dann 2-0 hinten gelegen haben. Da haben sie ein bisschen versucht, wieder hinten drauf zu spielen. Dann kam wieder Ballverlust rein und zack, das Ding war gegessen. Und ja, momentan ist es ganz schwierig. Momentan habe ich auch keine Lösung noch so richtig, was du gegen Bayern machen musst. Eigentlich musst du gegen die Bayern so ein bisschen spielen, wie die Bayern selber spielen. Also du musst, erstens brauchst du so viel Intensität und Qualität im Spiel gegen den Ball, dass du da eben die Bayern gewissermaßen ärgern kannst in einem hohen Pressing, dass sie gar nicht erst auslösen können. Und du musst dann im tiefen Block halt wirklich gut stehen. Also ich will sie mal sehen gegen einen richtig guten tiefen Block. Gegen Freiburg hatten sie da schon Probleme. Da bin ich sehr gespannt. Und du musst halt im Spiel mit dem Ball selber so viele Positionswechsel einstreuen, weil sie ja wirklich Mann gegen Mann nicht zustellen. Und das ist brutal, weil natürlich, wenn das Team, das reichste Team mit den besten Spielern dich Mann gegen Mann spielen lässt, gewinnt immer die Bayern. Also wenn es Mann gegen Mann ist, gewinnt natürlich immer die Bayern, weil das ist ja das, was sie wollen. Sie sind das bessere Team, überall Mann gegen Mann, geil. Sie müssen halt nur diese Mann gegen Mann-Dinger gewinnen. Und da musst du dann halt selber eine Lösung finden mit Positionswechseln, um halt dann diese Mannorientierung zu knacken. Bin ich gespannt, ob das, erstens, wie viel Risiko sie gehen gegen Leverkusen, ob sie dann selber wieder ein bisschen tiefer stehen und ob Leverkusen das dann schafft. Weil Leverkusen kann das eigentlich ziemlich gut. Und das würde ich jetzt gerne nochmal besprechen, bevor wir jetzt woanders hingehen. Nämlich ein Ausblick auf dieses Spitzenspiel. Die zwei überragenden Mannschaften derzeit in der Liga gegeneinander, Leverkusen dann in Bestbesetzung. Gehe ich mal stark von aus, dass ein anderes Leverkusen ist, wenn die auf dem Platz stehen, die auf dem Platz stehen sollen in so einem Spitzenspiel. Weil Leverkusen ja selber auch den Ball hat, den Gegner laufen lässt und den Gegner hinten einschnürt. Und die Bayern ja aber auch ganz gerne den Ball wollen, aber auch dieses Pressing jetzt machen können. Leverkusen auf eine andere Art und Weise pressen können. Leverkusen war in der letzten Saison aber über weite Strecken sehr pressingresistent. Hat es wirklich auch geschafft, dann mit Xhaka Palacios diese vielen kurzen Pässe präzise anzubringen und den Gegner ins Leere laufen zu lassen und dadurch ja auch wieder Räume zu nutzen, die sie hatten. Es ist gerade echt schwierig zu prognostisieren, was da passieren wird. Es wird ein großartiges Spiel werden, glaube ich. Sehr, sehr spannend. Auf hohem Niveau. Beide Mannschaften haben, glaube ich, den Anspruch, das auch zu gewinnen. Die müssen, Leverkusen muss dieses Spiel gewinnen, um zu sagen, wir wollen wieder Meister werden, wir wollen weiter oben dranbleiben und die Bayern, die werden nicht vergessen haben, dass sie letzte Saison nicht Meister geworden sind. Die wollen hier ihr Statement setzen. Plus, wenn sie gegen Leverkusen gewinnen, wären das schon auch Big Points im Kampf um die Meisterschaft. also da geht, das ist schon eines der wichtigeren Spiele für beide Mannschaften in dieser Saison, so in dieser frühen Saison. Und ja, zumal die Bayern ja nächste Woche drauf in Frankfurt spielen und auf den Sack kriegen. also musst du ja quasi gegen Leverkusen gewinnen. Ja, absolut. Musst du machen. Ja, also was glaubst du, was erwarten wir? Was können wir da sehen? Wird das ein anderes Spiel für die Bayern, weil es das einzige Spiel ist, wo sie auf einen Gegner treffen, vielleicht Stuttgart noch mit Abstrichen, keine Ahnung, wo der Gegner sagt, ich will den Ball. Ich kann halt die Bayern noch nicht so einschätzen, ob sie da jetzt auch mit offenem Visier spielen, wie sie es bisher getan haben. Sie spielen ja sehr offensiv momentan gerade und dann häufig jetzt gegen Werder waren dann teilweise Upamecano und Kim am gegnerischen Strafraum die höchsten Spieler. Also das war teilweise waren so absurd, so Situationen. Ich glaube nicht, dass sie das gegen Leverkusen machen werden. Andererseits hat Leverkusen letzte Saison ja die Bayern noch ausgekontert immer. Also Leverkusen hat dann selber aus einer kompakteren Defensive gespielt und dann auf Konter gesetzt. Das können wir vielleicht auch erleben. Ein bisschen so Schlüssel sind so die Räume zwischen Innenverteidiger und Ausverteidiger bei Bayern, weil die Innenverteidigungen, das haben ja auch alle gesehen, die sind noch nicht 100% sattelfest. Upamecano, Kim, da kannst du immer noch so ein bisschen was provozieren. Und gerade weil die Ausverteidiger jetzt so häufig ins Zentrum ziehen, kannst du immer versuchen, die Innenverteidiger so ein bisschen nach außen zu locken und dann die Räume dazwischen zu finden. Das wird, glaube ich, Leverkusen auch versuchen. Aber ich kann es halt noch gar nicht genau sagen, ob jetzt Leverkusen da einen Ballbesitzansitz macht oder selber sagst, wir versuchen es mit Kontern. Bin ich sehr gespannt. Ja, das wird ein lecker bisschen. gespielt wird, das Spiel, das muss ich vielleicht auch noch sagen, Samstag um 18.30 Uhr, also das Top-Spiel. Haltet euch das mal im Kalender warm. Und danach wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, wo die Teams so stehen. Yo, dann machen wir eine kurze Pause. Gleich sind wir zurück. Dann reden wir natürlich auch noch über die Eintracht, das hat sie sich verdient und über viele andere Dinge. Bis gleich. Was machst du da? Ich zermal hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermalst Bohnen? Sag mal, bist du doch nicht völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Ha, danke. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Nimm nochmal einen tiefen Schluck aus der Karaffe. Denn wir machen jetzt weiter mit Eintracht Frankfurt. Wir haben ja viele Pessimisten zu Beginn der Saison nach diesem blamablen 0-2 gegen, wie man jetzt beim Stuttgart-Spiel gesehen hat, völlig desorientierte Dortmunder gedacht. Diese Saison wird für Eintracht Frankfurt ganz tief im Keller enden müssen. Die nächsten Spiele haben aber Kritiker wie dich, die federführend bereits die Entlassung des Trainers gefordert haben, Lügen gestraft unter Beweis gestellt, dass diese Frankfurter Mannschaft ganz oben mit dabei sein wird dieses Jahr. Bevor du zu deinem Frankfurt-Monolog startest, darf ich dir eine Quizfrage stellen. Ja. Welcher Bundesliga-Verein hat bisher in der Saison den wenigsten Ballbesitz? Ist das jetzt Frankfurt? Das würde wahrscheinlich Eintracht Frankfurt keinen Sinn ergeben, dass es nicht Frankfurt ist. die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz, noch weniger als zum Beispiel St. Pauli oder Holstein-Kiel. Interessant. Das wusste ich nicht. Ich gehe auch nicht auf jede unterstellte Falschaussage ein. Ich habe die so tief verbaut, dass ich auch dachte, das ist unmöglich für dich. Ja, es ist auch zu anstrengend für mich. Ich lasse es einfach jetzt so im Raum stehen und beginne mit meinem Monolog. Und? Eintracht Frankfurt. Im Herzen von Europa gegen Gladbach. 2-0. Völlig verdient gewonnen. Es gab in der zweiten Halbzeit eine Stumm-und-Drang-Phase von Gladbach mit einem Pfostenschuss, wo man sagen muss, da hat die Eintracht ein bisschen Glück gehabt. Das hätte eventuell das Spiel drehen können oder kippen können. Trotzdem muss ich sagen, dass über 60 Minuten lang die Eintracht die bessere Mannschaft war und auch dann in der Konsequenz im Endergebnis auch verdient gewonnen hat. Trotzdem muss man über diese 30 Minuten reden, weil die so ein bisschen unerklärlich waren für mich. Die Eintracht hat echt gut angefangen, hat in der ersten Halbzeit komplett das Spiel dominiert. Gladbach hat mehr oder weniger nicht stattgefunden. Und eigentlich war, also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sich daran noch was ändern könnte. Ich hatte das Gefühl, wir sind individuell besser, wir sind taktisch besser, es wird heute gut laufen. Und dann kamen diese, so ab der 50. paarundfünfzig Minute kam so Gladbach ins Rollen und hat einen Angriff nach dem anderen gestartet, auch wenn das dann alles wegverteidigt wurde. Aber das war so ein komischer Moment, wo ich schon in meiner WhatsApp-Gruppe wieder geschrieben hab, so gleich Fels 1-1. Das kündigt sich schon zehn Minuten vorher an, bevor es passiert, weil irgendwie alles weg war. Körperspannung, irgendwie Zweikämpfe, irgendwie, es war einfach alles irgendwie weg. Und dann muss man aber sagen, dass die Eintritt einfach über eine individuelle Klasse verfügt, gerade da vorne im Sturm mit Mammusch und Iki Tike, wobei ich noch mal Mammusch besonders erwähnen möchte, weil der natürlich letzte Saison schon eine super Saison gespielt hat, aber man nicht so sicher war, wie weit der sich noch weiterentwickeln kann. Deshalb hat man ja auch überlegt, ob man ihn im Winter verkauft, weil man so gedacht hat, okay, vielleicht war das schon die Peak-Saison mit, weiß ich nicht, 16 Treffern oder was auch immer, sodass man gesagt hat, okay, wahrscheinlich wird er nicht mehr besser. Aber was ich bislang in dieser Saison von Mammusch gesehen habe, muss ich sagen, der Typ ist eine unfassbare Granate, der sich noch weiterentwickelt und sehr viel mitbringt, was ihn durchaus interessant machen könnte, auch für Premier League-Klubs, weil der hat einen unfassbaren Topspeed und wenn man sich das 2-0 anguckt, wie er da Itakua vernascht. Was hat den Schlenker da noch mal gemacht? Das hat diesen Schlenker und das machen nicht viele. Du weißt, wie viele da einfach dann abziehen und dann in den Spieler gehen, aber dass er da dann noch mal den Schlenker macht und ruhig abschließt, das ist einfach Qualität. Und er profitiert, glaube ich, auch massiv von Itakua. Auf jeden Fall. Weil so einen qualitativ guten Spieler hat er eigentlich in der letzten Saison auch nicht um sich rum gehabt, sodass er so eine One-Man-Army war. Er war ja genau, alleinige Sturmspitze. Und da hast du natürlich, das ist gar nicht so seine Qualität. Also er ist kein Wandspieler, er ist jetzt nicht der Spieler, der mit dem Rücken zum Tor den Ball hält oder so, sondern er hat halt dieses Tempo, wenn er Speed aufnimmt, wenn er abschließen kann, so rund, es gibt so einen Abschlussbereich, der für ihn, glaube ich, so um die 20 Meter rum, wo er sagt, das ist Mamouche-Zone. Wenn er mit Tempo in den Strafraum geht, jemand in den Ball in den Lauf spielt und so weiter, da kann er noch mal Qualitäten zeigen mit dem EGTK, der die Bälle hält, der Spieler auf sich zieht, weil er auch diese technische Qualität hat, dass er immer bewacht werden muss und davon profitiert ein Mamouche, glaube ich, auch ungemein. Dadurch entstehen Räume und man hat auch gegen Gladbach gesehen, also dieser erste Antritt so, also du kannst Mamouche, musst du eigentlich doppeln, weil im Eins gegen Eins, der hat so einen schnellen ersten Antritt mit dem Ball und dann ist er, wenn er schon auf gleicher Höhe ist, ist er eigentlich schon fast vorbei, weil du ihn dann nur noch mit einem Foul stoppen kannst, er wurde auch mehrmals gefault, der hat diesen Topspeed und du siehst es immer wieder, wenn eine Lücke ist, wird er versuchen durchzustoßen, was das Problem für Verteidiger von Mamouche ist, er schließt enorm schnell ab. Geht zwar nicht alles rein, aber sobald der eine Lücke sieht, zieht er aufs Tor. So, der hat immer vier, fünf Torschüsse pro Spiel oder so, also es ist, ähm, da muss man sagen, ist die individuelle Qualität dann eben gegeben und, ähm, hinten ist die Eintracht sehr stabil, glaube ich, nur vier Gegentreffer bislang in dieser Saison gefangen, das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, durch Christensen und Theat ist da einfach eine Qualität jetzt, äh, an der auch Tutor wächst, Tutor spielt eine absolut super Saison, sehr unauffällig, aber das ist ja eigentlich gut als Innenverteidiger und die Eintracht ist hinten also sehr, äh, sehr stabil. Wo es dann noch so ein bisschen fehlt, ist dann, ja, das hat man dann gesehen, als sie, als Gladbach stark war, wenn sie diese Ballverluste haben, ne, wenn sie einfache Ballverluste haben und den Gegner ins Spiel bringen und dann in diesem Umschaltspiel, da ist die Eintracht anfällig, das, das muss natürlich noch besser werden, aber ansonsten hab ich wenig zu motzen und Gladbach, ja, die haben wahrscheinlich auch, ich weiß nicht genau, was es war, die haben erst zu spät ihren Mut entdeckt, so, die waren viel zu passiv in der ersten Halbzeit, haben viel zu viel der Eintracht den Ball überlassen, wahrscheinlich erst mal so die Devise, wir gucken mal, was die machen, aber das, das war auf jeden Fall die falsche Entscheidung, so, ich glaube, wenn du gegen die Eintracht spielen willst, dann musst du mit offenem Visier spielen, wenn du jetzt nicht eine Mannschaft bist, die, sag ich mal, aufs Zerstören aus, was Gladbach nicht ist, du hast natürlich gemerkt, dass mit Player und, wer hat noch gefehlt? Noch jemand hat gefehlt. Der Vater hat das. Honorar. Hat nicht gefehlt, hast du, glaube ich, äh, doch, der war nicht im Kader, meine ich. Der war nicht im Kader, ja, okay. Also, das sind natürlich zwei, nochmal zwei, so breit ist der Kader von Gladbach dann nicht, dass sie auf, auf diese beiden Spieler so, Player war, glaube ich, der kam dann rein, der war nicht fit, konnte nur irgendwie 20 Minuten spielen und Honorar war gar nicht da, das merkst du dann? Bei, ähm, bei Gladbach, ähm, generell, glaube ich, würde sich Gladbach ärgern, dass sie nicht von Anfang an mutiger gegangen sind, mehr ins Pressing gegangen sind, um die Eintracht unter Druck zu setzen, ähm, weil durch das 1-0, das hat der Eintracht natürlich in die Karten gespielt, die konnten dann kontern mit ihren schnellen Spielern. das, ja. Da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen die Erfolgsgeschichte der Eintracht ist jetzt in den Spielen, dass sie in allen Spielen, bis auf das Dortmund-Spiel, aber in allen Spielen hatten sie deutlich weniger Ballbesitz, schon bei 0-0, aber dann kam halt das 1-0 und dann konnten sie selber auf Konter spielen und das hat jetzt ein bisschen gedauert, fand ich, gegen Gladbach, weil Gladbach in der zweiten Halbzeit sehr weit die Eintracht hinten reingedrängt hat, da waren dann auch die Räume für Konter nicht da, aber am Ende haben sie es ja dann doch hochgeschraubt noch und dieses schnellere Spiel, auch dieses, gerade im Spiel gegen den Ball wuchtiger sein, auch sehr viel sauberer verteidigen, also sauberer alles wegverteidigen mit dieser neuen Viererkette, mit den Ausverteidigern, können sie jetzt ja auch ganz kompakt einfach in die Mitte schieben, dann den Ball auf außen zulassen und dann musst du auch nicht mehr panisch werden als Eintracht-Fan, weil du denkst, okay, jetzt ein Kunku oder Ebimbe, wer auch immer, das Spiel verliert den Zweikampf und dann sehen wir blöd aus, THT und Christensen gewinnen die Dinger, die gewinnen die Zweikämpfe hinten und das ist dann okay. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, weil sie jetzt, diese Spiele liefen ja alle auch perfekt für die Eintracht, also sie sind in allen Spielen jetzt nach Dortmund 1-0 in Führung gegangen, konnten dann in allen Spielen Ballbesitz runterschrauben und haben dann das Ergebnis hochgeschraubt. Gegen Wolfsburg haben sie halt nach dem 1-1, das so ein bisschen aus dem Nichts fehlt, Widerstand überwunden, haben sie gezeigt, dass sie das auch können. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, weil jetzt geht's ja nach Kiel am Wochenende. Wie es dann da aussieht gegen einen Gegner, der vielleicht auch mitspielen möchte, aber der auf eine andere Art mitspielen möchte und der dann auch selber eben ganz andere Ansprüche hat und dann 0-0 im Zweifelsfall gerne mitnimmt gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Ich geh sogar noch weiter, sie spielen jetzt gegen Kiel und danach gegen Bayern, also komplette zwei unterschiedliche Welten. Und ich find, nach diesen beiden Spielen kann man auch noch mal eine andere Einschätzung geben, wo die Eintracht steht und was sie kann und was sie noch nicht kann. Also ich kann nur sagen, dass sie auf jeden Fall deutlich stabiler wirken als letzte Saison, auch wo ich ja letzte Saison so viel rumgeschimpft hab, dieser Ballbesitz, der nichts bringt, dieses Hin- und Herschieben. Du siehst jetzt viel häufiger Vertikalpässe. Du hast natürlich jetzt auch mit Etikett zum Beispiel auch mal jemanden, der fast jeden Ball, das ist wirklich erstaunlich, egal wie scheiße, der angespielt wird, irgendwie noch verarbeitet mit seinen komischen, gazellenartigen, schlachsigen, dünnen Zahnstocherbeinen irgendwie es immer wieder schafft, schon in der Ballannahme mit Körpertäuschung und Finden arbeitet oder so und dadurch immer wieder dann Räume hat, sich drehen kann und dann hast du natürlich mit Knauf in dem Fall mit Jaiibi, mit Mammusch hast du schnelle Spieler, die sofort nach vorne gehen und das ist natürlich schon auch eine Qualität, die die Eintracht, wenn ich mir angucke, wen die eingewechselt haben, Ebimbe, Matanovic, Bahoya, Dahoud, Nkunku, das ist schon eine ordentliche Qualität für die Eintracht und ich mein, da sitzt noch ein Usun, sitzt auf der Bank, der hat noch gar keine Rolle gespielt in dieser Saison. Und auch irgendwie das Mittelfeld funktioniert besser jetzt, also du hast ja so über Skiri gemeckert, dem hätte ich jetzt nichts auszusetzen gehabt nach dem Spiel, weiß nicht, was du dazu sagst, aber gerade in Larsson schadet sich jetzt deutlich öfter ein als letzte Saison. Das ist jetzt nicht mehr dieses hinten, Skiri und Larsson parken vor der Dreierkette und die spielen da tausend Pässe, sondern Larsson hat einen Auftrag nach vorne, das merkst du deutlich. Also Larsson heute Tweet von Fabrizio Romano, völlig aus dem Nichts, der einfach über Larsson schreibt, sagt, also das ist immer kein gutes Zeichen. Der Typ ist eine absolute, meiner Meinung nach, eine absolute Rakete und ich bin froh, dass er diese Saison noch bei der Eintracht spielt. Ein unfassbares Talent, vielleicht das größte Talent, das die Eintracht seit langem hatte. Das ist immer ein Ritterschlag, wenn man bedenkt, was bei Frankfurt alles ist. Ja, aber das sage ich ganz ehrlich, das ist für mich einer, der einen ähnlichen Weg wie in De Bruyne oder so einschlagen kann, weil der auch eine Mentalität hat. Der ist ja noch jung, der ist 19, glaube ich, oder 20 geworden jetzt. Der ist noch so jung, aber der hat schon eine Reife an sich. Das ist schon erstaunlich in dem Alter und bringt halt alles mit. Und da sieht man, Skiri fällt da schon auch ein bisschen ab. Skiri bin ich immer noch so ein bisschen, der spielt nicht, es ist nicht der Skiri, den wir in Köln gesehen haben, bevor er zu Eintracht gewechselt ist. Das muss man ganz klar sagen. Warum auch immer. Ja, Baumgart, ne? Hat den groß gemacht. Ja. Eine andere Trainerqualität auch. Hat ihn natürlich auch offensiver eingesetzt, als das bei der Eintracht ist. Aber ich meine, man hat ihn damals auch zu Eintracht geholt, weil man einen Sechser, der, glaube ich, sieben Tore geschossen als Sechser, was echt krass ist. Und davon ist bei der Eintracht bislang noch wenig zu sehen. Der ist ja aber auch kaum vorne zu sehen. Ja, das ist ja so. Ich meine, Larsson hat jetzt ein Tor gemacht, weil er durchgelaufen ist im Strafraum. Das muss man mal zeigen, wie oft er das in der Saison wiederholen wird. Ich glaube nicht, dass Larsson am Ende der Saison bei zehn Toren steht, sondern das war jetzt, glaube ich, auch eher eine Ausnahme. Auch wenn er vielleicht jetzt ein bisschen offensiver mitspielen darf. Er spielt auch den offensiveren Part in der Doppelsechs. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich freue mich, dass Bahoya gespielt hat. Der hat auch die Vorbereitung gemacht. Der wurde ja für neun Millionen aus der zweiten französischen Liga geholt. Das ist ja schon auch mal eine Ansage. Das ist ja auch ein Gamble, sage ich mal, ein gewisser. Da habe ich eigentlich schon gehofft, weil der letzte Saison ja schon kam oder in der Winterpause und immer so rangeführt wurde, habe ich eigentlich den so schon, hatte ich schon überlegt, ob ich den nicht auch für unsere, wie heißt es, Rookie of the Year. Aber da war mir dann die Konkurrenz zu groß auf seiner Position. Ach so, dann bin ich auch safe gespielt. Wobei dein Saver-Pick da momentan noch nicht. Also der war am Anfang der Saison gut, aber jetzt muss er von Leipzig. Ja, mal gucken. Die Saison ist ja noch lang. Aber ich finde es halt einfach, ich bin froh, dass dieser Bahoya noch, der hat zwischenzeitlich auch bei der U21 gespielt und da hatte ich schon so ein bisschen Angst, dass das so ein Jens-Peter-Hauge-Transfer ist, wo du echt viel zahlst, der dann ... 19. Ja. Neues Land. Neues Land. Aber was ich so, ich habe neulich mit einem Bekannten von mir telefoniert, der sich gut mit der Eintracht auskennt und der meinte, der nah dran ist und der meinte, Bahoya, guter Junge, einfach auch starke Konkurrenzsituationen mit vielen. Wie könnte dieser Bekannte ... Keine Ahnung, wie er ist. Weiß man überhaupt nicht. Weiß man überhaupt nicht, wer das sieht. Kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Kenne ich nicht. Pierre ... François ... Pierre Söldendorf. Pierre Söldendorf. Pierre Söldendorf. Gut, Pierre Söldendorf, wenn der das sagt, dann glauben wir denen, dass du wolltest was sagen? Ja, ich stimme alles dazu, was du zu Eintracht gesagt hast. Aber ... Ich habe Gladbach noch ein bisschen besser gesehen als du. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit sich halt vom Pressing auch so ein bisschen den Schneider abkaufen haben lassen und da dann nicht wirklich hinten rausgekommen sind. Aber die haben schon eine ganz gute Spielanlage. Und die haben dann auch ... Eine Torchance, einen Pfostenschuss. Ja gut, klar. Aber sie haben schon dann eine gewisse Dominanz gehabt auch nach der Pause, dass halt dann Frankfurt nicht mehr hinten rauskam. Das ist schon so die Weiterentwicklung jetzt mit einem Stöger, Weigel. Ein Gumo ist halt ein Fremdkörper immer noch in der Mannschaft. Leider, auch wenn er ein paar Laufduelle gut gewonnen hat auf seiner Seite. Aber das ist noch nicht ganz das, was man sich vielleicht erhofft hat. Das ist halt schnell. Das ist 90 Prozent schnell. Das ist 90 Prozent schnell. Und Huck auch. Und Huck hat auch nicht ganz diese Form, wie er das vergangene Saison hatte, wo er Top-Torjäger wurde. Aber grundsätzlich sehe ich Gladbach auf einem guten Weg. Also wenn du guckst, die haben einen richtig miesen Saisonstart eigentlich von den Punkten her. Aber die haben halt schon Leverkusen gespielt, haben da sich gut verkauft, knapp verloren. Die haben jetzt Eintracht Frankfurt gespielt und die haben knapp verloren gegen Stuttgart. Und in allen drei Spielen haben sie sich nicht abschießen lassen. Das sah die vergangene Saison ganz anders aus. Da konntest du davon ausgehen, dass sie da überhaupt nicht mithalten können. Und das Ding gegen Buchen haben sie gewonnen. Also auf jeden Fall schwerer Auftakt von Gladbach, gehe ich mit. Jetzt kommt Union, Augsburg und Heidenheim. Da muss dann jetzt Gladbach aber auch abliefern. Da kann man nur hoffen, dass dann auch aus Gladbacher Sicht, weil natürlich Seohanne auch schon mit einer gewissen Hypothek in die neue Saison gegangen ist. Und ich fand das aber gut, dass man gesagt hat, wir vertrauen dem, also so eine gewisse Konstanz und Entwicklungszeit gibt. Ja, und ich habe einen enormen Respekt vor Gladbach. Also ich bin sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil für mich ist Gladbach eigentlich eine Mannschaft jetzt natürlich in der momentanen Entwicklungsphase natürlich so ein bisschen unter der Eintracht, aber ansonsten ein Verein, den ich auf jeden Fall jede Saison eigentlich so mit auf Augenhöhe sehe. Und deshalb bin ich enorm froh, weil, wie gesagt, wenn dieser Pfostenschuss reingeht und es 1-1 steht in so einer Phase, wo die Eintracht irgendwie aus welchem Grund auch immer nicht mehr richtig mitspielt, dann kann das natürlich auch in eine andere Richtung gehen. So knapp ist es, aber genauso kann man halt auch sagen, dass die Eintracht hätte eigentlich in Dortmund das 1-0 mal. Also so ist halt Fußball, hier kriegst du es mal nicht, da machst du es mal nicht, am Ende lügt die Tabelle nicht, wie man so schön sagt. Aber ja, Gladbach sehe ich eigentlich auch Also ich finde jetzt kommen die nächsten Wochen, wo man sagen muss, wie gesagt, die Spiele, die jetzt anstehen für Gladbach, da müssen sie dann jetzt aber auch punkten. Sonst dürfen sie sich auch nicht beschweren, dass sie dann irgendwann da unten drin stecken. Aber ich trau denen das zu. Auf jeden Fall, wenn jetzt auch Honorar wieder am Start ist, der einfach auch... Honorar ist halt nochmal ein Unterschiedsspieler auch, finde ich. Weil du kannst da mit Fünferkette spielen, kannst mit dem Viererkette spielen, Tempo eins gegen eins, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und Plea halt auch mit Kleindienst. Das hat ja zuletzt gut funktioniert, dass Plea so das war auch ein bisschen schade, dass das jetzt geschenkt wurde. Ich finde auch, sie haben sich gut versteckt. So Stöger und Kleindienst sind wirklich echt sinnvolle Verstärkung für das Geld, was Gladbach hat. Also da geht schon was. Aber ja. Ja, wie gesagt, schwieriges, sehr, sehr schwieriges Auftaktprogramm. Haben aber überall ihr Potenzial angedeutet. Ich glaube schon, dass mit Gladbach auch noch zu rechnen ist. Jetzt nicht unbedingt für die ersten sechs Plätze oder so, aber das könnte auch eine Mannschaft sein, so wie jetzt letztes Jahr Heidenheim, die am Ende dann Conference League spielt oder so, was man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also die haben schon auf jeden Fall Qualität und durch das, wie gesagt, durch Stöger und Kleindienst haben die auch noch mal was dazu bekommen, was ihnen eindeutig gefehlt hatte. Ich glaube, so ein Weigel passt auch ganz gut zu einem Stöger, oder? Von der, die können was miteinander anfangen. Ja, die können was miteinander anfangen, so. Ja, gut, also die Eintracht gewinnt auch das dritte Spiel in Folge, ist ganz oben mit dabei, tatsächlich, und macht das, was sie auf jeden Fall bei der Qualität sich vornehmen sollten, nämlich mal gucken, wie weit es geht, vielleicht auch Richtung Champions League. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr nicht mehr der fünfte Platz werden, weiß man nicht, mal gucken, wie so die deutschen Vereine sich schlagen. Aber ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass Frankfurt die Überraschungsmannschaft wird, die vielleicht bis zum Schluss da noch mal, wenn Dortmund, Stuttgart, wenn die ein bisschen schwächeln in der Liga, würde ich nicht ausschließen. Leipzig ist auch nicht so stabil, also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass Leipzig zwangsläufig vor Frankfurt landen muss. Wir warten mal ab. Und damit, eigentlich könnten wir jetzt direkt mit Leipzig weitermachen, wenn ich schon dabei bin. Ganz so gewandert. Machen wir das mal. Leipzig spielt am Millern-Tor und St. Pauli holt, wie ich finde, sehr verdient den ersten Punkt in der Saison und es hätte sogar mehr sein können. Ich kann sagen, verdient war es eigentlich nicht, weil verdient wäre gewesen, wenn Pauli das Spiel gewinnt. Du weißt ja, wie ich es gemeint habe. Es war verdient im Sinne, dass es hätte sogar noch mehr sein können, weil ich glaube auch die Expected Goals waren deutlich zugunsten des FC St. Pauli und auch wenn sie, glaube ich, am Ende des Spiels auch glücklich waren und nach dem Schlusspfiff hat man gemerkt, geil, erster Punkt gegen Leipzig hat man auch nicht mit gerechnet, aber wenn man dann noch mal drüber nachdenkt, wie das Spiel gelaufen ist, hätten sie es auch gewinnen können. Also Leipzig schwach, muss ich echt sagen. Welche Seite willst du zuerst aufziehen? Weil du hast ja gerade über Leipzig geredet. Ich finde, wir fangen, ja, du hast recht, wir kamen über Leipzig, dann bleiben wir bei Leipzig. Weil Leipzig ist ja, der kann nicht dieselbe Schaltplatte wieder auflegen, die ich seit jetzt zwei Jahren oder so auflege, eigentlich seit Rose da ist. Sie haben immer ihre Top-Spiele dabei, sie haben immer ihre tollen Spiele gegen Dortmund oder was weiß ich nicht, wenn sie halt dann ihr Spiel durchbekommen, wenn sie dann ihr Pressing durchbekommen, wenn sie dann auch alle Lust drauf haben auf das Pressing, wenn sie dann vor allen Dingen im Ballbesitz spielen, nicht so gefragt sind. Und dann reisen sie nach San Pauli, haben 70 Prozent Ballbesitz und denen fällt nichts ein. Und es ist dann wirklich so, wie man es erwartet von der Leipziger Mannschaft auch, dass sie dann in den Spielen dann auch in gewisser Weise ausgekontert werden von dem San Pauli. Und dass ein San Pauli dann auch über die Flügel immer wieder da die Nadelstiche setzt und das egal, was halt dann Rose personell versucht, es ist halt schwierig. Und das ist halt dann viel rotiert und viel da, aber es ist halt nicht, er hat nicht diese Variante, um eben einen Aufsteiger konsequenten 90 Minuten zu bespielen. Und das war die Saison auch schon gegen Bochum. Da haben sie ja glücklich 1-0 gewonnen. Also sie haben halt wirklich diese Probleme, wenn sie selbst das Spiel gestalten müssen. Das zieht sich jetzt seit Jahren durch und das muss auch mit einer Mannschaft, die diese Qualität hat, die ein Simmonds-Baumgartner da vorne hat, nicht sein. Und dann verstehe ich halt auch zum Beispiel nicht, dass Sesko Paulsen vorne des gemeinsamen Studiums sind. Klar, Belastungssteuerung auch ein Stück weit, aber natürlich, wenn du da zwei Stürmer vorne hast, die im Strafraum angespielt werden wollen, raubst du dir ja auch die Überzahl. Aber warum Belastungssteuerung? Die haben noch Champions League gespielt in dieser Woche. Die haben Donnerstag noch Champions League gespielt gegen Atletico Madrid und jetzt Sonntag. Es war schon eine härtere Woche und auch noch härter als, dadurch, dass sie das Donnerstagsspiel hatten, war auch noch ein bisschen härter als das, was Dortmund und Stuttgart und Bayern ableisten mussten. Aber trotzdem fand ich die Aufstellung dann auch, hat sie ja auch nicht, hat auch nicht funktioniert, muss man auch fairerweise sagen. Ich muss sich aber dennoch, wenn du jetzt mal die Qualität siehst, die da bei Leipzig auf dem Platz steht, dann verstehe ich auch einen Rose, der sagt, das muss reichen. Wenn ihr den Anspruch habt, bei Leipzig zu spielen, jeder einzelne Spieler will die Minuten haben, dann kann das nicht sein, dass du überfordert bist und gegen St. Pauli nichts auf die Kette kriegst. Also sorry, weil St. Pauli, die tun sich sehr schwer in der Liga und haben auch nicht die Qualität auf dem Rasen, die einem jetzt Hoffnung für große Höhenflüge macht in dieser Liga. Und wenn du dann als Leipzig da hinkommst mit den Mitteln, die du hast, sorry, da lasse ich auch keine Ausreden gelten. Das ist einfach nicht gut genug. Da gibt es keine Schönrederei. Du musst auf St. Pauli mehr Expected Goals haben, mehr Abschlüsse, mehr Gefahr ausstrahlen und weniger zulassen als das, was Leipzig an dem Tag gemacht hat. Du siehst ja auch, wie Stuttgart und Dortmund auseinandergespielt hat, fußballerisch, wie in Bayern, wie in Leverkusen die Gegner auseinanderspielen, wenn die schlechter sind, wie sie die auch Positionswechsel haben, wie die auf einem kollektiven Effort quasi sind. Klar haben die Einzelspieler, die Wahnsinn sind, aber sie kriegen diese Einzelspieler auch in Position. Und bei Leipzig ist es ja schon seit Jahren gut, dass du halt hoffen musst, dass die Stars vorne in Form sind und wenn sie wie Xavi Simmonds jetzt gerade nicht diese Mega-Form der vergangenen Saison haben und dann auch noch ein Olmo weg ist, dann stehst du halt plötzlich blöd da. Weil eben diese kollektive Bereitschaft, diese kollektive Ding, dieses mit einem ersten Kontakt einen Ball weiterspielen, wir tauschen da mal eine Position, um was freizuschaufeln, wir machen da mal eine Kombination mit drei Fassationen. Das siehst du bei Leipzig halt nicht. Leipzig lebt halt immer noch davon, dass entweder ein Einzelkünstler was macht oder dass sie eine Pressingballeroberung kriegen. Und die kriegst du halt gegen St. Pauli nicht. Es ist halt auch auffällig, dass halt ein Olmo zum Beispiel, der immer auch diese geilen Steckpässe gespielt hat, dieses Auge für diese geilen Offensivaktionen, richtig ersetzt wurde. Also du hast natürlich einen Nusser geholt, der aber noch zumindest nicht Startelf-Potenzial hat oder noch nicht spielt zumindest. Der ja so ein bisschen der Nachfolger sein sollte. Und ja, dann so ein Baumgartner, so gut der vielleicht sein mag oder so, aber der ist natürlich kein Olmo. Ein Baumgartner ist kein Olmo, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, und Olmo, solange Leipzig gespielt hat, ist sowieso das größte Wunder und einzig seiner Verletzungsanfälligkeit geschuldet. Und ich will jetzt auch gar nichts machen, aber eigentlich ist der, die Tabelle sagt zwar was anderes, aber der Saisonstart von Leipzig ist misslungen. Das kann man eigentlich nicht anders sagen, weil sie haben jetzt vier Tore geschossen in vier Spielen, drei davon gegen Leverkusen, ein Spiel, was sie absolut glücklich gewinnen. An neun von zehn Tagen geht das anders aus. Und dann schaffst du es halt gegen Union Berlin, VfL Bochum und St. Pauli auf ein Tor zu kommen. Das kann ja nicht der Anspruch von Leipzig sein. Das ist schon sehr bitter. Und gegen VfL Bochum haben sie auch Orban in der letzten Minute eine rote Karte ziehen müssen. Sonst geht das Ding auch 1-1 aus. Also das sind schon, da ist richtig Sand im Getriebe und diese Weiterentwicklung, die man sich so ein bisschen erhofft hat jetzt von dieser Saison, trotz der Abgänge von Olme und sowas, ist aber da auch viel neu dazugekommen. Vor allen Dingen ist aber auch viel geblieben. Also das ist nicht so wie letzte Saison, wo du ja wirklich einen kompletten Cut hattest und halt die halbe Mannschaft und alle Starspieler verloren hast. Damals mit einem Kunku, Subus, da sind die alle gegangen. Das hast du diese Saison nicht eigentlich. Diese Saison hast du eigentlich eine relative Kontinuität, dadurch, dass du auch Schalvi-Simmons gehalten hast. Aber diese Weiterentwicklung im Ballbesitzspiel, die du jetzt von so vielen Teams in der Liga siehst, die wir jetzt auch gleich bei Freiburg ansprechen werden, die wir aber in Stuttgart schon so häufig angesprochen haben, die siehst du bei Leipzig eben nicht. Das ist so das, wo du dich bei Dortmund aufregst, da reg ich mich so ein bisschen bei Leipzig auf, weil das natürlich auch alles Spieler sind, die viel Geld bekommen und die dann eben nicht funktionieren. Und Baumgartner, da wartest du seit zwei Jahren, dass der mal so richtig nennen. Herr Fongi, der steht halt immer im Schatten von anderen Spielern, sitzt ja meistens dann auch auf der Bank, wenn die beste Elf spielt, spielt in aller Regel Baumgartner nicht. Und wenn er dann spielt, dann hast du oft das Gefühl, ja, ist das jetzt alles? So, da muss eigentlich mehr kommen, weil er spielt auch in der österreichischen Nationalmannschaft eine ganz andere Rolle und der hat schon auch viel Potenzial, aber es reicht nicht, um bei Leipzig wirklich eine Säule zu sein und in die erste Elf zu kommen. Man hat immer das Gefühl, der rotiert rein. Ja, klar. So, und da, ja, denke ich auch, da viele Leute bei Leipzig rufen ihr Potenzial, auch ein Zeschko, der so viel Potenzial hat, wenn der nicht trifft, taucht er unter auch oft. Aber vom Potenzial von Zeschko hört man jetzt auch schon seit anderthalb Jahren und irgendwann musst du dann halt auch mal ... Deutet er ja immer wieder an. Was ich halt so komisch finde, ist, dass es fast so ein bisschen umgekehrt wie bei der Eintracht. Du sagst immer, bei der Eintracht, die haben so Stürmer, die gehen bei der Eintracht ab, wechseln irgendwo anders hin, funktionieren nicht mehr. Bei Leipzig fast umgekehrt, wenn ich mir so einen Zerloat angucke, auch bei Leipzig nicht wirklich was gerissen und ist jetzt irgendwie ein Superstar. Es hebt sich auf, wenn das Frankfurter nach Leipzig wechselt, wie bei Silva. Bei Silva, ja. Ja, jetzt wird sich aber auch wieder eingewechselt wird jetzt gegen St. Pauli. Das ist auch ganz wichtig. Ich muss ehrlich gesagt, ich hatte den aus dem Auge verloren und ich wusste gar nicht mehr, dass der noch bei Leipzig ist. Da natürlich auch nichts reißt dann großartig. Ja, aber Silva fehlt, der hat halt und Kostic, also der eben die, jedes Mal einen Ball direkt dahin gespielt hat, wo er ihn hinwollte. Das fehlt ihm jetzt natürlich. Aber ja, also aus Leipzig werde ich auch noch nicht so richtig schlau. Man hat so das Gefühl, Xavi und Openda sind so Dreh- und Angelpun. Wenn die zünden, dann zündet Leipzig, aber wenn von denen nichts kommt, entweder weil sie rausrotieren oder aus irgendeinem anderen Grund halt nicht ihren Sahnetag haben, dann gibt's da wenig Spieler, die sagen so, jetzt ich, ob das ein Baumgartner ist, ob das ein Seschko ist oder keine Ahnung, ein Elmas haben wir, ne, ich hab den jetzt schon dreimal bei Kickbase gekauft und wieder verkauft, weil ich jedes Mal denke, okay, wenn Leipzig für 20 Millionen irgendein Supertalent kauft, dann würde er da irgendwas können müssen, aber der kriegt keine einzige Minute seit einem Jahr oder irgendwie so, ne, also das ist alles ein bisschen. Ja, das kann auch sehr bitter enden dann. Also ich bin da gespannt, wie lange dann auch so die Personalie Rose dann nicht kritisch diskutiert wird, weil das ist natürlich gegen St. Pauli und gegen Union Berlin brauchst du eigentlich als Leipzig andere Ansprüche. Champions League hast jetzt ein Hammerprogramm vor dir, also du hast noch Juve als nächsten Gegner und dann muss ich mal kurz gucken, Liverpool und der Bundesliga hattest du aber eigentlich wirklich ein Programm, das nach einem Superstart schreit. Also die haben jetzt wirklich gegen leichte Gegner gespielt und jetzt kommt Augsburg, Heidenheim, Mainz, Freiburg, das sind ja alles Gegner, wo du eigentlich auch sagen kannst, da kannst du dich als Bayern-Verfolger Nummer eins etablieren, gerade wenn du Leverkusen geschlagen hast. Deswegen, ich bin jetzt zu kritisch, aber da muss halt mehr kommen, weil da muss jetzt auch mal endlich ein Ballbesitz mehr kommen, sage ich. Kommen wir zu St. Pauli, die will ich hier nicht untergehen lassen, die wirklich in den ersten Spielen auch jede Menge Potenzial hatten, an der Liga anzukommen, weil du hast gegen Heidenheim gespielt, dann hast du gegen Union und Augsburg gespielt. Das sind auch Mannschaften, wo du sagst, wenn, dann, dann. Und da haben sie nicht gut ausgesehen und auch keine Punkte geholt. Und jetzt das beste Saisonspiel ausgerechnet dann gegen Leipzig. Vielleicht ist das auch ein Stück weit dann so, dass es dann eher die Mannschaften sind, bei denen man es nicht erwartet, weil sie können sich dann hinten reinstellen, können abwarten und Leipzig fällt dann nicht viel ein und dann kommst du über Kontersituationen. Und ich fand, St. Pauli hat das über weite Strecken richtig, richtig gut gemacht. Sie haben dann auch die besseren Chancen gehabt, kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht mehr genau, wer sie vergeben hatte, wo er am langen Pfosten quasi der Ball so in Lauf gelegt wird und er dann ins lange Eck flach schießen muss und trifft nicht richtig den Ball und es ist ein halber Pass und ein halber Torschuss und er geht dann am langen Pfosten vorbei. Jetzt geht mir genau, wer das war, der den Schuss gemacht hat. Aber das war so die größte Chance kurz vor Schluss, dann gewinnen sie das Spiel. Wenn er das richtig ausspielt, gewinnen sie das Spiel. Also Respekt an St. Pauli, die vielleicht mit diesem Spiel jetzt auch in der Liga angekommen sind, es dauert ja manchmal auch so ein bisschen, alles ist schneller, alles ist athletischer, da muss man ja auch vom Kopf her oftmals ankommen. Das gibt natürlich auch Mut, weil wenn du sagst, ey, pass auf, wir haben hier Leipzig am Rande einer Niederlage, dann kann dir das natürlich auch Selbstbewusstsein geben, zu sagen, pass auf, wir können hier in dieser Liga bestehen, wenn alle Steine so fallen, wie wir sie brauchen, aber wenn wir uns reinhängen, wenn wir unser Ding machen, dann ist es zumindest schwer, gegen uns zu spielen und das ist, glaube ich, schon mal wichtig, wenn die jetzt irgendwie 7-0 verloren hätten, dann hätte ich das Gefühl gehabt, so als Außenstehender, St. Pauli ist schon auf Abschiedstournee, die sagen so, danke, wir machen eine Stadion-Tour durch die Bundesliga. Ich glaube, Banks war es, glaube ich. Ich fand es auch sehr interessant, dass sie jetzt mal wieder im 3-4-3 gespielt haben, also das Aufstiegssystem und auch wirklich das Aufstiegspersonal. Also da war jetzt wieder viel Zweitliga-Erfahrung drin und viele Spieler, die eben letztes Jahr dafür gesorgt haben, dass sie überhaupt jetzt an diesen Punkt gekommen sind. Und das hat auffallend besser funktioniert, vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball, das sie jetzt auch natürlich gegen Leipzig akzentuierter machen konnten und durften. Das kam ihnen, glaube ich, auch zugute, dass sie da auf einer stabilen Defensive spielen konnten. Aber auch spielerisch haben sie immer wieder glanzelichter gesetzt, immer wieder sich auf Flügel kombiniert und von da dann was erzeugt. Und gerade dieses Sturmtriosat, Eggestein, Afolajan, das hat jetzt besser funktioniert, fand ich. Trotzdem bin ich jetzt so ein bisschen der Partypuper und sage, eigentlich musst du da mit dem Sieg rausgehen, weil du hast als St. Pauli nicht so viele Spiele, wo du einen Chancenplus haben wirst im Vergleich zu Gegnern. Und das große Problem, weil St. Pauli hat sich an den ersten vier Spieltagen jetzt gezeigt, ist das Tore schießen. Sie stehen bei einem Tor und aber bei deutlich mehr Expected Goals. Also sie hätten auch jetzt wieder in diesem Spiel ein, zwei Tore machen können, sollen, müssen. Da musst du aufpassen, dass du nicht in so diese Darmstadt-Falle rückst. Klar, sie sind jetzt nicht Darmstadt, sie sind nicht komplett unterlegen und sie sind in der Liga angekommen. Aber auch Darmstadt hatte halt einfach Probleme mit dem Tore schießen bei Zeiten, zeitweise. Und das musst du hinbekommen. Also du musst dir jetzt mal irgendwann die Tore folgen lassen. Weil nur mit einer guten Defensive wirst du nicht die Klasse halten. Absolut richtig. Jetzt haben sie den ersten Punkt und tun das mit Bochum und Kiel zusammen, die auch jeweils einen Punkt geholt haben. Also Abschieckskampf. Ja gut, das muss bis zum Ende ein Abstiegskampf bleiben, aber ich freu mich auch für Alexander Blessin. Ich finde, das ist ein cooler Trainer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab den kennengelernt letzte Saison, als die Eintracht gegen Union Saint-Geloise verloren hat und ausgeschieden ist. Und da haben wir den genau uns angeguckt, den Trainer, und wir fanden Geloise, ich weiß nicht. Warum hast du den Trainer genau angeguckt? Also er ist ein sehr attraktiver Trainer. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber die haben geilen Fußball gespielt unter ihm. Und ich weiß genau, was du gedacht hast. Und ich hab gedacht, die haben alle gedacht in meiner Eintracht-Gruppe, Das wäre doch einer. Das wäre einer für uns. Das wäre einer für uns, wenn der Dino doch noch gehen muss, haben wir gedacht. Und deshalb war ich sehr gespannt, als der dann zu St. Pauli gewechselt ist als Nachfolger von Hürzler, weil das, glaube ich, ein guter Trainer ist, der aus kleinen Vereinen viel rausholen kann, aber es ist natürlich trotzdem eine Mammutaufgabe, mit St. Pauli den Klassenerhalt zu packen. Aber ich werde ihn weiter mir anschauen. Hast du ihn auf der Scouting-Liste? Hast du das gehört, Alexander? Du bist auf der Scouting-Liste. He's a blessing. Und wir wissen alle, was das heißt. Eintracht Frankfurt, nächste Station. Eine Trainerkarriere. Jo. Machen wir weiter. Du hast gerade schon so, ich will ja nicht reingrätschen, aber du hast gerade so dieses Bochum-Kolstein-Kiel-Ding. Ja. Darf ich da einmal kurz eine Frage euch stellen. Wie bitter ist es denn, wenn du nach 15 Minuten ausgewechselt wirst? Ja. Ohne Verletzung? Ohne Verletzung. Also wirklich nur Leistungsgründe. Und das ist nicht auch, deine Mannschaft liegt nicht 0-3 zu hinten, sondern die liegt 0-1 hinten und du wirst nach 15 Minuten, heißt jetzt so, sorry, Masowitsch. Weiß ich nicht. Also er hat wahrscheinlich nicht das gemacht, was der Trainer wollte und sah auch beim 0-1 jetzt nicht besonders gut aus bei diesem langen Ball. Er muss ja irgendwas gemacht. Aber ja, keine Ahnung, aber trotzdem, das ist doch Höchststraf, oder? Nach 15 Minuten? Ja, vor allem, das ging ja gefühlt früher schon los, weil sich Lucia ja schon warm gemacht hatte. Ja. Und klar, es gibt dann immer so am Anfang machen sie sich warm und es gibt ja immer so diese Zeiten, wenn potenzielle Wechsel anstehen oder wenn sich jemand verletzt, also wann sich Leute warm machen. Und das war eigentlich schon, der war schon angezählt. Also sehr, sehr früh im Spiel war Masowitsch angezählt und ihm wurde schon deutlich gemacht durch das Aufwärmen von Lucia, ey, so, du bist gerade auf Bewährung. Und in der Zeit war ja auch Kiel die bessere Mannschaft. Und ich finde, das ist natürlich sehr ungewöhnlich, aber man muss auch Peter Zeitler da mal Respekt zollen, weil wenn du merkst, du hast einen Fehler gemacht und irgendwas funktioniert nicht, warum soll man dann bis zur Halbzeit warten, weil das so der gelernte Zeitpunkt für den Wechsel ist? Ja, schreib es mal hier vor, wenn du magst. Ist das mein Blog? NilsBomhoff.de oder? NilsBomhoff.de. Unersichtliche Verletzung wurde Erhan Masowitsch im Heimspiel des VfL Bochum gegen den KSV Holstein nach einer Viertelstunde bereits ausgewechselt und durch Anthony Lusilla ersetzt. Durch die Wechselrutsche blablabla. Zu der Entscheidung bezog Coach Peter Zeitler auf der Pressekonferenz nach dem Unentschieden Stellung. Ich war nicht damit einverstanden, wie wir das Spiel begonnen haben. Zu behäbig, zu viele Querpässe hintereinander und einfach nicht die Marschroute, die wir ausgegeben hatten, so der Übungsleiter, welcher anfügte. Erhan rauszunehmen oder Toto, in Kaman Lusilla, nicht zu starten, war eine Entscheidung gegen keinen der beiden Spieler. Toto hat an sich immer eine Berechtigung, um zu spielen. Durch seine Präsenz zeigten sowohl er als auch die anderen Mitspieler ein Signal, weshalb wir nicht unverdient nach Rückstand noch mit der 2-1-Führung in den Halbzeit gegangen sind. Ja, trotzdem ist das ja doch höchst straff, oder? Also das ist doch fast noch so schlimm. Hab ich ehrlich gesagt noch nie erlebt nach 16 Minuten. Nee, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, wirklich nur leistungsmäßig nach 15 Minuten. Und das ist auch nicht, also letztes Jahr war es auch relativ früh nach 20 Minuten oder sowas, das war Darmstadt gegen Augsburg. Wisst ihr noch, das ging ja 0-6 für Augsburg raus und dann hat der auch, glaube ich, Lieberknecht nach 20 Minuten schon drei Leute runtergewählt. Aber da stand es halt 0-3. Also da kannst du halt sagen, okay, das Ding ist gewesen. Aber höchstens, wenn du eine Aufstellung machst, siehst dann die Aufstellung vom Gegner und denkst so, okay, scheiße, haben wir uns voll kalkuliert, der hat was weiß ich, den bulligen Stürmer statt den schnellen Stürmer und du brauchst jetzt den Konter dafür, sodass du einen Aufstellungsfehler quasi gemacht hast, der sich erst ergibt, dadurch, dass du die gegnerische Mannschaft Aber das war das Interessante, weil ich habe das Spiel mir auch angeguckt dann und es war nicht so, dass dann ein großer Taktikwechsel kam, sondern Lucia ging dann auf die Sechs, die haben eine Raute gespielt, Lucia ging auf die Sechs, Sissoko ging dann von der Sechs in die Innenverteidigung zurück und sie haben dann sehr ähnlich gespielt, aber mit Lucia halt eine ganz andere Ausstrahlung im Zentrum und ganz andere Ballgewinne und haben dann eben das, was du gerade auch vorgelesen hast, haben dann die Bälle tief gespielt, anstatt hinten Querpässe zu spielen. Aber das kannst du auch mit einer Eins-Ansage regeln, oder? Wenn die das vielleicht vorm Spiel explizit so besprochen haben und er gesagt hat, ey, das ist meine Erwartungshaltung an dich, wenn du spielst und dann sieht er nach 15 Minuten, dass nichts davon ausgeht, also nichts davon funktioniert. Ja, ey, whatever. Ich finde, den Spieler ist das jetzt erst mal bitter, weil der natürlich auch auf eine Art und Weise jetzt ins Fadenskreuz, sag ich mal, gerät, die unnötig ist, weil das natürlich eine Message ist und der Spieler ist jetzt erst mal dadurch auch beschädigt. Aber ich finde es grundsätzlich von dem Trainer richtig, wenn du merkst, es funktioniert grad gar nicht, warum sollte ich dann warten, bis es 2 oder 3-0 steht, um diesen Fehler zu korrigieren, wenn er zu der Einschätzung kommt, dass er jetzt mit einer Veränderung was bewirken kann. Und das Ergebnis gibt ihm ja recht, weil sie das Spiel danach gedreht haben. Und Kiel war ja davor, also die ersten 15 Minuten, war Kiel ja wirklich die bessere Mannschaft. Ja, und wenn das so weiterläuft, dann, wie gesagt, hast du den Spielstand, den du nicht mehr korrigieren kannst. Deswegen finde ich es grundsätzlich völlig okay, von Peter Zeitlater korrigieren einzugreifen. Trotzdem ist es ja so ein Seltenheitswert. Also das ist natürlich für den Spieler nochmal bitterer, weil es ja funktioniert hat. Also das muss man ja wirklich sagen. Also erste Viertelstunde, Kiel schafft einen langen Ball, dann auf dem nächsten dahinter, Bochum überhaupt keine Entlastung. Danach kriegen sie die Entlastung hin, kommen über den linken Flügel immer wieder dahin. Also auch da Masovic halb linker Innenverteidiger rausgenommen und dann hat Wittig aber dann auf linken Flügel mehr nach vorne machen können nach dem Wechsel und schaffen es dann halt, das Spiel zu drehen. Also gleich doppelt bitter für den Spieler, weil auch der Trainer dann noch quasi recht kriegt. Also muss man schon sagen, ist natürlich, ich habe es einfach ansprechen wollen, weil es ja so ein, du merkst ja schon in Diskussionen hier, das hat so einen Seltenheitswert in der Bundesliga, dass das passiert, dass halt ein Trainer nach einer Viertelstunde sagt, nee, sorry, funktioniert überhaupt nicht. Aber es hat ja funktioniert, trotzdem am Ende mit dem bitteren Ende für Bochum. Aber das ist dann, ja. Ich frage mich halt nur, sorry, das beschäftigt mich auch, weil was ich mich halt frage, ist, wie in 16 Minuten, wie viel Chance als Spieler hattest du überhaupt, um was falsch zu machen? So, ne? Also, wie viele Szenen kann es überhaupt gegeben haben in dieser kurzen Zeit, dass das jetzt reicht, Barometer schon voll ist? Also ich habe das, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Kann ja sein, dass es drei, vier Szenen gab, wo der sich drei, vier Mal falsch entschieden hat. Aber ich finde, das ist schon irgendwie, das ist eine ganz schöne Ansage. Ich habe mich ja vorhin noch, oder war das off-camera, ich weiß es gar nicht, darüber aufgeregt, dass Baku zu 42. ausgewechselt wurde, wo ich gedacht habe so, wieso? Warum geht man nicht noch in die Halbzeitpause? Warum lässt man hier noch drei Minuten spielen und bespricht sich dann? Warum muss drei Minuten vor der Halbzeit ein Spieler ausgewechselt werden? Das ist ja auch eine Demütigung, finde ich. Wobei, dem war ja schlecht dieses Jahr danach. Und weil Masovic war ja nicht mehr irgendwie so ein Versuch halt zu sagen, okay, war vielleicht nicht ganz fit oder so was, so ein Schütz und so. Nein, das war einfach, der hat es einfach nicht gebracht, der hat nicht das gemacht. Ich finde halt, dass man da sehr, also als Trainer hast du ja natürlich auch eine Verantwortung. Du kannst da schon das Selbstvertrauen von einem Spieler ordentlich zersägen, so. Das darf man nicht vergessen, so. Das muss jetzt nicht sein, aber ... Kann auch ein Hallo-Wach-Effekt sein. Wenn du dem das erklärst und sagst, ey, pass auf, ich hab da vor dem Spiel mit dir drüber gesprochen, ich möchte, dass du das und das machst und du hast es nicht umgesetzt, das kann natürlich auch zu einer erhöhten Bereitschaft führen, nochmal in sich zu gehen und zu denken, ja, okay, ich muss mein Spiel ein Stück weit anpassen. Das werden die sicherlich in dem Gespräch auch geklärt haben. Also, wenn er jetzt nicht mehr mit ihm drüber geredet wird und ihm das eingeordnet wird, dann ist es natürlich echt, dann ist der Spieler hart beschädigt. Aber, ja, keine Ahnung, ich nehme mal davon an, das geben wir schon aus, das Zeitler, dass mit dem sprechen wird. Und wie gesagt, am Ende lief es ja auch besser, das 1-0 für Kiel von Pichler, das lief ja auch dann über die Seite von Wittek und Masowitsch. Er stellt ihn auf Abseits, ich guck's gerade hier nochmal, er stellt ihn auf Abseits, rennt nicht mit und dann entsteht das Tor. Also, das muss die Szene gewesen sein, die dann den Trainer zur Weißklub gebracht hat. Ja, wie gesagt, ich glaub nicht, dass es nur eine impulsive Entscheidung war, ich glaube schon, dass er gedacht hat, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann schmeißen wir das Spiel weg. Aber dann ist der Bochum, ist zurückgekommen und ich fand aber auch, dass danach Kiel auch wieder eine Reaktion gezeigt hat und die kamen natürlich dann spät zum Ausgleich in der 89. Minute, aber ich fand das sehr beachtlich. Also, Kiel verkauft sich gut, zeigt gute Ansätze und haben sich den Ausgleich auch verdient. Also, das ist schwer für Kiel, mit dem Kader in der Liga mitzuhalten. Und ich finde, mal jetzt dieses Spiel gegen die Bayern mal als Ausrutscher zu bezeichnen, ansonsten haben die sich bisher wacker geschlagen. Ja, ja, und das haben sie auch wieder spielerisch einiger Glanzlichter gesetzt. Also, die schaffen es immer wieder auch durch das Zentrum sich durchzukombinieren mit Klaz-Spaß-Kombinationen, wie sie es in der zweiten Liga gemacht haben. Die individuelle Klasse ist dann halt manchmal so der Problem. Gerade auf den Flügeln haben sie jetzt Probleme gehabt gegen Bochum, aber sie haben es dann wirklich bis zum Ende durchgespielt und haben dann auch von der Bank ja noch ein bisschen Qualität gebracht. Das ist ja auch, der Kader ist ja in der Spitze nicht besonders gut, aber in der Breite hast du da auch Optionen. Also, wenn du dann Skripsky reinbringen kannst, Machino und dann die beiden zusammen das Tor kombinieren. Fiete Arp. Fiete Arp, wäre gut, den würde ich jetzt nicht da. Ey! Ja, ich weiß, mit dem Fiete Arp-Fans hier. Fiete Arp-Ultra. Ja, mit Finn Porath und Holtby waren dann insgesamt drei Ex-HSV-Spieler auf dem Platz, die allesamt vorm HSV erste Liga spielen. Noch. Momentaufnahmen. Naja, es gibt diverse Momentaufnahmen. Die Liste an Spielern ist mittlerweile tatsächlich sehr lang. Die beim HSV eines Tages Zweite Liga wirst du es wieder sehen. Trotzdem, also ich fand auch Kiel in der zweiten Abzute dann besser und haben es dann auch gut rauskombiniert, aber trotzdem, das Tor, die Art, wie es fällt, ist ja auch ein bisschen schläfrig gewesen von den Bochumern. Dass sie dann diese Eingabe zulassen und Marino dann da so völlig frei steht. Also, da kann sich, glaube ich, Bochum am Ende wieder ärgern, dass sie da nicht die drei Punkte mit nach Hause geholt haben. Ja, natürlich müssen die sich am Ende ärgern, das ist klar. Das sind natürlich auch diese direkten Duelle. Abstiegskampf, die Bochum gewinnen muss. Gerade wenn du dann das Spiel drehst und 2-1 führst und dann, also natürlich ärgern die sich, weil dieser eine Punkt ist dann zu wenig für Bochum, ganz klar. Aber in der Tabelle sieht es ganz einträchtig aus, einvernehmlich, da unten. Alle mit einem Punkt, können wir mal kurz reingucken. Bochum, St. Pauli, Holstein, Kiel, das Torverhältnis ist insofern unfair, weil Holstein schon gegen die Bayern spielen musste. Das müssen die anderen ja auch noch. Je nachdem, wie viel Bock die Bayern haben, kann das dann auch noch mal wehtun. Genau, also die drei, man bekommt das Gefühl, das sind dann von Anfang an wirklich auch die drei, die es untereinander ausmachen. Vor allen Dingen, das ist schon wieder so krass auf dir, wenn du siehst Wolfsburg, Gladbach, Hoffenheim, da sind schon wieder so drei Vereine, die jetzt keinen guten Saisonstart hatten. Aber da kann es natürlich nicht von ausgehen, dass die Saison über 13, 14, 15 bleiben. Dafür ist die Qualität eigentlich zu hoch. Also zumindest bei Gladbach und Wolfsburg, Hoffenheim bin ich noch nicht so ganz sicher. Da könnte ich mir vorstellen, dass das eine schwere Saison wird, aber ja, das ist schon ein Bild, an das man sich vielleicht gewöhnen kann. Die letzten drei Plätze. Da muss man sich wohl dran gewöhnen, ganz genau. Gut, dann bleiben wir mal da unten, wenn wir schon da sind, oder? Und machen wir mal weiter mit Heidenheim. Haha, da können wir nämlich gleichzeitig über Freiburg sprechen, weil ich habe nämlich gerade, als du das auch gerade gesagt hast, die Mannschaften, die da jetzt noch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den drei Abstiegskandidaten aus Bochum, Kiel und St. Pauli stehen, dass da, glaube ich, ein Heidenheim sich noch einreihen wird. Denn die haben jetzt die ersten beiden Spiele beachtlich absolviert, haben gegen St. Pauli gewonnen und haben dann, was war es, Augsburg, als sie die so weggefiedelt haben, 4-0 oder was das war, sind sie gut gestartet. Und danach hat man aber schon vermehrt das Gefühl bekommen, dass die Qualität tatsächlich nicht so groß ist in Heidenheim, als dass man erwarten könnte, dass sie den Erfolg der letzten Saison reproduzieren könnten. Klassenerhalt ist, glaube ich, das einzige Ziel dieses Jahr für Heidenheim. und das hat man jetzt auch wieder beim 0-3 zu Hause gegen Freiburg gesehen. Da war Freiburg ganz klar die bessere Mannschaft. Kann man nicht drum rumreden. Heidenheim ist natürlich stark in die Saison reingestarrt, aber du merkst natürlich auch, dass da eine Mannschaft ist, die sich noch finden muss, die halt noch nicht die Qualität der vergangenen Saison hat. Defensiv hatten sie jetzt in der zweiten Halbzeit auch zu viele Aussätze einfach. Also haben dann zu häufig dann auch den Druck nicht hochhalten können, auch wenn der Ball dann reinkam und sie dann zurückgerückt sind, nicht rechtzeitig wieder rausgerückt, wenn der Gegner dann den Rückraum spielt. Und so hat dann ja auch Freiburg die Tore geschossen, dass sie halt wirklich den Rückraum anvisiert haben und auch mit schönen Schüssen dann durch Grifo, durch Dohan sich da eben die Führung erarbeitet haben. Aber auch gerade das Konterspiel, da fehlt halt auch noch so ein bisschen das Tempo, haben sie jetzt versucht mit Traoré auf dem Flügel zu lösen, auch so eine Mischung aus Fünfer-Viererkette war in Ordnung. Also sie wird jetzt auch nicht das als schlechtes Spiel bezeichnet, weil sie die erste Halbzeit das 0-0 halten und dann Freiburg auch ein bisschen auftritt und Freiburg ist auch ein starker Gegner. Aber trotzdem sind das ja diese Heimspiele, die eigentlich Heidenheim in der vergangenen Saison besser bestritten hat und wo du halt wirklich sagen konntest, zu Hause sind die eine Macht und das müssen sie noch unter Beweis stellen. Ja, man muss natürlich sagen, Heidenheim auch international gespielt, Conference League in Schweden irgendwo. Also jetzt nicht in dieser Woche, aber die Woche davor. Ich will damit nur sagen, dass es ein Faktor ist, Heidenheim mit Dreifachbelastung für so eine Mannschaft sicherlich auch erst mal ein Novum und auch erst mal musst du da gucken, wie das die Spieler verkraften und Freiburg, die ja wirklich einen sympathischen Trainer haben und ja, für die läuft's gut. Ich meine, das war natürlich schon ein Aufschlag im ersten Spieltag Stuttgart, glaube ich 3-0 oder was? 3-1. 3-2? 3-2? Ich weiß gar nicht mehr. Aber das war schon so eine Duftmarke, dass... 3-1. Wie viel? 3-1. Gut, dann haben sie gegen die Bayern verloren, aber auch haben sich da nicht abschießen lassen. Ich muss mal kurz einhaken, ich finde es immer so lustig, wie halt diese Ergebnisse erst im Nachhinein bewertbar werden. Ja. Vor Anfang der Saison, wo du am Anfang der Saison sagst, okay, so genau weiß ich nicht, was das bedeutet. Jetzt denkst du dir, so ein 3-1 gegen Stuttgart, ey, ist ja ein geiles Ergebnis, weil Stuttgart ist ja gar nicht so schlecht drauf jetzt. Da hat jetzt gar nicht diesen Riesenqualitätsabfall wie erwartet. Und dass du halt nur 0-2 gegen Bayern verlierst und dann ihren guten Kampf lieferst, auch das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis gewesen im Nachhinein. Weswegen ich jetzt momentan so ein bisschen so einen kleinen Freiburg-Hype hab, weil die wirklich gut in die Saison gestartet sind und auch fußballerisch Spaß machen. Und jedes Jahr gibt's diese eine Mannschaft, die da irgendwie in die Verlangs der Großen einbricht. Und vielleicht ist das dieses Jahr Freiburg, die wahrscheinlich auch befreit aufspielen jetzt mit dem Trainerwechsel. Die wurden halt jahrelang vom Trainer runtergezogen. Das ist jetzt natürlich richtig, da lösen sich die Knoten. Die Potenziale kommen zur Entfaltung mit dem neuen Trainer. Erklär mir mal, warum der Höfler nicht spielt. Ja, weil der Julian Schusser auch so ein bisschen der neue Besen ist, der da jetzt einmal durchkehrt durch den Freiburger Kader, hat man das Gefühl. Weil natürlich, klar, ein Streich, der ist da jahrzehntelang dabei gewesen und der hat natürlich auch seine Verdienste gehabt. Aber der hat natürlich dann am Ende auch seine Spieler gehabt. Der hat natürlich seine Methode gehabt. Der hat das gemacht, was er immer gemacht hat. Und der natürlich in ein neuer Trainer kommt, kann aber neue Akzente setzen. Ich glaube, das beste Beispiel ist natürlich Junior Adamu, der unter Streich überhaupt nicht gut gelitten war, weil Streich dessen Arbeit gegen den Ball nicht gefallen hat. Und der jetzt einfach unter dem neuen Trainer komplett aufblüht, der einfach da vorne jetzt gesetzt ist, weswegen da Höfler dann raus ist. Und Höfler genau dasselbe halt im Mittelfeld mit Eggestein, Osterhage, die sich da jetzt festgespielt haben, die da einfach super Leistung zeigen. Dann hast du noch einen Röhl, der jetzt natürlich fehlt, aber der eigentlich da auch eine sehr gute Alternative ist. Und dann Doan und Grifo ist sowieso fußballerisch, wenn du vorbeikommst. Und dann hast du da eine erste Elf, die sich schon so aufstellt und wo natürlich die alten Eisen nicht mehr automatisch aufgestellt sind. Weil auch ein Schuster jetzt sagt, okay, im Zweifelsfall nehme ich dann eher die spielerische Klasse. Und dann ist mir das im Pressing nicht ganz so wichtig, dass der Spieler dann diese 130 Prozent geht da. Und das funktioniert momentan super. Also diese Mannschaft macht ja auch Spaß. Und das ist ja jetzt, auch ein Ginter sitzt da mal auf der Bank, wenn das gerade halt nicht passt. Ja, der sitzt, also der ist jetzt ja nur dabei, weil die Rosen, Rosenfelder, Rosenfeld, irgendwie, irgendwas mit Rose. Rosenfeld, Rosenfelder, weil der verletzt war. Sonst kommt Ginter nicht über die Reservistenrolle hinaus. Also das ist schon ein Statement, weil Ginter ist eigentlich ja Königstransfer gewesen. Mit der Biografie so, das kann man sich kaum vorstellen, dass der auf der Bank sitzt. Ja gut, ist ja auch schon 30 trotzdem. Und das greift momentan ineinander. Und dann kannst du in der zweiten Halbzeit auch nochmal einen Gang hochschalten mit dieser Mannschaft, weil die eben auch fußballerisch ja einiges drauf hat. Und ein Dohan, dann so ein Unterschiedsspieler, der da so einen Moment kreiert. Weil das war jetzt auch keineswegs so, um dann nochmal Heidenheim zu loben, es war keineswegs so, dass das ein Spiel auf ein Tor war und das Tor sich komplett angedeutet hat und Heidenheim unterlegen war. Aber dieses 1 zu 0 dann durch diese Einzelaktion, diesen geilen Schuss von Dohan ist dann schon ein Dosenöffner. Und das reden wir ja auch seit Jahren drum. Freiburg ist halt jetzt auch angekommen auf einem Niveau, dass sie ja fußballerisch gute Leute haben und dann aber auch Unterschiedsspieler halt einfach in ihrem Kader, von denen andere Bundesligisten auch nur träumen. So ein Dohan, Grifo, Grifo, der jetzt auch wieder mega in Form ist, Doppelpack, das sind halt wirklich Spiele auf internationalem Niveau. Jetzt nicht Champions League Niveau, aber das ist halt Europa League Niveau. So und dann ist natürlich, guckst du auf die Tabelle, sagst du ja, du sagst, da brechen halt Teams in die Phalanx ein. Andererseits sind wir jetzt wieder so von der Tabelle her, wo wir vorletztes Jahr so gefühlt waren, mit halt Union Berlin, Freiburg, Frankfurt, die ja jetzt auch keine Fremdkörper da sind oben in der Tabelle, wenn du dir die letzten drei, vier Jahre anschaust. Da werden wir ja wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden. Erstmal, wenn ich auf die Tabelle gucke und dann sehe ich Union Berlin, denke ich, hä, was machen die denn da oben? Wann ist das denn passiert? Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die eine gute Saison spielen. Ja gut, sie haben gegen St. Pauli gewonnen und sie haben jetzt gegen ein sehr schwaches Hoffenheim gewonnen. Das sind schon mal sechs der acht Punkte. Würde ich jetzt auch echt noch ein bisschen warten, weil nach vier Spieltagen der Saisonstart ist auch sehr davon abhängig, gegen wen du spielst. Wir haben es erwähnt bei Gladbach, die ein schwieriges Auftaktprogramm haben und andere, so wie Union, haben jetzt vielleicht ein etwas dankbareres Auftaktprogramm. Also da würde ich jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren. Wie gesagt, Heidenheim mit sechs Punkten. Ich befürchte, sie werden ein bisschen durchgereicht. klar haben sie in der ersten Halbzeit noch ganz gut mitgehalten, aber du merkst jetzt schon, dass da fehlt einfach noch was. Also das ist diese, an den ersten beiden Spielern, auch die Aufträge eines Paul Wanners haben da so ein bisschen was überstrahlt, weil dann haben alle darüber gesprochen, was für ein tolles Juwel Paul Wanner ist. und das ist natürlich dann das Ab... Da saß er und hat gesagt, naja... Ja, gutes Juwel. Du hast noch gesagt, Paul Wanner, das war doch... Hat er nicht zwei Tore im Pokal geschossen oder so und du hast noch gesagt, naja, im Pokal... Also er hat in der Euroleague getroffen, er hat in der Bundesliga getroffen, er hat im Vierpokal getroffen. Ja gut, der Junge ist 18 und der spielt halt auch in Heidenheim und das ist ja auch mal eine Frage, was du da für Mitspieler hast. Ich sag ja nur, dass Tobi es schon gecallt hat, dass der jetzt nicht jedes Spiel zwei Treffer machen wird. Auch total zu erwarten gewesen. Keine steile These. Nächstes Spiel in Mainz, da kann, finde ich, das ist dann schon fast richtungsweisend für Heidenheim und dann wird es nämlich schwierig, weil sie haben dann englische Woche gegen Ljubljana und drei Tage später Leipzig. Die müssen jetzt auch die Belastung, weil das ist ja immer, du sagst englische Woche, ja, war schon auch, die hatten auch schon englische Wochen, klar, aber das spürst du ja auch mal erst später. Also das ist ja dann, irgendwann kriegt ja die Müdigkeit einfach rein. Irgendwann bist du halt durch. Also das kannst du halt zwei, drei, vier Wochen gut machen, aber dann irgendwann im Herbst spätestens oder dann im Frühjahr bei ganz vielen Teams ja auch, kommt dann dieser Knick, weil du dann merkst, das war doch ein, zwei Spiele zu viel für mich. Das sind ja vor allem nicht nur die Spiele. Jeder von uns, der mal gereist ist, egal ob jetzt ein Bundesliga-Verein mehr Komfort genießt als ein normaler Mensch, aber dieses Reisen und ich meine, come on, du weißt es ja am besten von uns allen, die stressen das ja immer massiv, das ist zum Flughafen ins Flugzeug oder auch mit dem Bus und dann dahin und dann sitzt du da, das ist ja einfach anstrengend, dann schläfst du im Hotel, man schläft im Hotel auch nicht, in aller Regel nicht so gut wie zu Hause. Ich habe mich diese Frage wirklich schon oft gestellt, ob das für so einen Profisportler, der ja körperlich und so auf Top-Level ist, wie sich das für den, weil ich weiß, wie Reisen mich schlaucht, aber es gibt ja ganz oft diese Geschichten irgendwie, der ist gestern angekommen um 21 Uhr und am nächsten Tag steht er in der Startelf und spielt irgendwie solche Geschichten, wo ich immer sage, das wäre für mich absolut undenkbar, ich würde gar nicht aufstehen am nächsten Tag, kann das ein Profisportler, da müssen wir mal einen fragen. Ja, aber ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied zu uns, also da ist halt nicht, dass du morgens halt, wenn du durch die ganze Tasche wühlen musst, ist mein Pass da, habe ich das Visum beantragt und schieß mich tot, das wird ja denen alles abgenommen, sondern die gehen einfach zum Flughafen, dürfen werden dann auch durch die Security durchgewunken, die müssen ja dann nicht wie wir irgendwie zwei Stunden vor beim Check-In sein und dann das ist schon ein bisschen angenehmer und die kommen ja dann auch direkt ins Hotel, das ist ja alles für die gemacht, also die haben ja diesen Mental Load, den wir halt bei einer Reise haben, der hat einen Fußball. Man versucht es natürlich so angenehm wie möglich zu machen, aber aus dem Grund, weil man weiß, wie schlauchend es ist, also du versuchst dir natürlich jedes Obstacle aus dem Weg zu räumen, weil aber es halt auch trotzdem nervig ist und anstrengend ist. Das habe ich mich schon manchmal gefragt, ob eine Mannschaft, wie viel schlechter würde eine Mannschaft funktionieren, wo du sagen würdest, wir machen das nicht mehr für die, wir nehmen das den Spielern nicht ab, sondern ich erwarte von den Spielern, dass sie erwachsene Menschen sind und sich da selber drum kümmern. Würden dann immer zwei Leute zu Hause bleiben. Das kann passieren, aber da hast du natürlich dann auch eine andere Verantwortung für die Leute, also du bringst denen ja auch eine andere Verantwortung bei, so für sich selbst und das dann ist egal, das ist ein anderes Thema. Aber es ist interessant, ich will ganz kurz noch, interessanterweise, es gibt ja auch Sportarten, wie zum Beispiel in der NBA, wo du noch viel mehr fliegst, weil die Distanzen ganz andere sind, weil du 80 Spiele oder was weiß ich in der normalen Saison hast. Da frage ich mich das auch immer, wie das ist, weil die so viel reisen. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen angenehmer, weil die irgendwelche Private Jets haben und mehr oder weniger da schon so angeliefert werden. Aber trotzdem, das sind so Sportarten, wo du fast zweimal die Woche fliegst und das über einen Zeitraum von einem Jahr. Also das macht wahrscheinlich auch was. Ich glaube, es ist erstens jetzt so psychologisch, es ist glaube ich auch eine Gewöhnungssache. Vielleicht. Ich glaube, Thomas Müller, der macht das seit seinem 18. Lebensjahr. Der kennt das ja gar nicht anders als Fußballer, dass der halt zweimal die Woche auf Reisen ist. So, für den ist das glaube ich komplett normal. Ich glaube, der hat da überhaupt kein Problem damit, in einem fremden Hotel einzuschlafen. Wenn er das hätte, dann wäre er nicht an dem Punkt, wo er jetzt ist. Das ist glaube ich aber nochmal was anderes, wenn du halt als Heidenheim-Spieler das wahrscheinlich zum ersten Mal mitmachst. Also ja auch immer für den Trainer, das ist ja eine ganz neue Erfahrung, wenn du halt diese Doppelbelastung hast. Weil normalerweise hast du eine Trainingswoche, da musst du nach dem Spiel, wenn du Samstag spielst, machst du Sonntag, Montag Regulation, Dienstag fährst du das Programm hoch, Mittwoch machst du dann richtig hartes Training, wo du dann deine Inhalte reinballerst, wo du auch Intensität reinballerst und dann machst du wieder so ein bisschen wieder runter. Und wenn du natürlich Europa League spielst, dann fällt natürlich dieses harte Training weg. Dann musst du halt das, was du normal, dein Pressing-Training, was du normalerweise mit 100% Auslastung der Spieler nimmst, das musst du dann halt auf der Taktik-Board machen, das ist ein Unterschied, glaube ich. Das musst du auch als Trainer lernen. Aber ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, weil wenn du zum Beispiel jetzt letzte Woche war, wir haben die Nachricht, Borussia Dortmund, die sind nach Brügge geflogen zum Auswärtsspiel. Und wenn du auch denkst, Borussia Dortmund, Brügge, das sind, was sind das, 300, 400 Kilometer? Ja, das macht einen Unterschied, du sitzt dann im Zweifel vier Stunden in einem Bus. Ja, klar. Das ist ja nicht vergleichbar mit dem, wie wir es halt Natürlich, überhaupt nicht, aber das war ja auch, nicht meine Intention zu sagen, dass das vorhin genau so schlimm ist, das habe ich ja durchaus auch dann gesagt, es geht aber darum, dass es trotzdem ermüdend sein kann, dieses Reisen und eine zusätzliche Belastung ist, die man, glaube ich, schon auch spürt. So, und je länger du das machst, das spürst du vielleicht nicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, aber wenn du das über ein Jahr lang machst und es nicht gewohnt bist, ist das auf jeden Fall ein Faktor, weil es immer so ein bisschen klingt, als wenn es nur das Spiel wäre. Nee. So, und ich finde halt, dass es weit mehr ist, als dass diese 90 Minuten, die du irgendwo spielst. Genau, aber ihr kennt das ja auch, wenn ihr mal eine Berufung, wir haben ja alle einen teilweise stressigen Job, aber in der Phase, wo es selber stressig ist, dann merkst du es ja noch nicht so richtig, sondern da bist du ja in diesem Tunnel. Und sobald halt dieser Stress auch nur um 10 Prozent abfällt, dann merkst du, dann fällst du in das Loch. Und das ist ja auch bei Fußballern nicht anders. Also das ist ja auch ganz häufig, das hast du ja auch schon bei Liverpool gehabt, bei diesen ganzen großen Klubs, dass die die Delle haben, die nicht im Oktober oder November, wo halt die Belastung am höchsten ist, sondern die kommt dann im Januar, Februar, wenn es halt dann diese, wenn du da halt mal eine Woche frei hast und dann am Sonntag spielen sollst, wo dann halt eben der Körper dann sagt, hey, wo ist hier mein Adrenalin? Und dann fährt der Körper ein bisschen runter, das ist dann, glaube ich, das. Das ist auch die Hürde, die vor der Heidenheim steht. Aber die sind jetzt, wenn die erste Europa-League-Spiel, erste Conference-League-Spiel haben, sind die so voll mit Adrenalin, das geht dann noch. Aber dann Auswärtsreise im Dezember nach, wo fliegen sie hin, in die Türkei. Danach erstmal nix und danach wieder hochfahren. Das ist, glaube ich, das ist das, wo der Körper dann und der Geist mitspielen muss. Ja, und das ist ja nur so ein bisschen der Anfang der Doppelbelastung in England. Deutschland ist es ein ganz anderes Niveau, da wird schon über Streike gesprochen, weil die Belastung der Top-Spieler insbesondere, die möglichst viel spielen sollen, hat mittlerweile etwas erreicht, was in der Form auch noch nie dagewesen ist. Also die verschiedenen Wettbewerbe international, mehr Belastung, die Turniere, also so die Vereine wie Manchester City oder wie Liverpool, die wirklich nur diese Top-Spieler haben, die auch alle in der Nationalmannschaften spielen, die ja teilweise dann, das ist ja auch nochmal sowas, Afrika Cup oder wenn du jetzt für Surinam spielst oder für Neuseeland oder so, es gibt ja manchmal auch so exotische Nationalspieler, die dann für jedes Länderspiel auch nochmal zwölf Stunden um den Globus fliegen, das kommt ja auch nochmal dazu. Also das ist schon teilweise, glaube ich, sehr, sehr an der Belastungsgrenze und dann immer noch auf Punkt Leistung bringen und da wird jeder Zweikampf bewertet, jeder Fehlpass kann quasi dafür sorgen, dass du das Spiel verlierst, also es ist schon... Das ist der Grund, warum ich kein Profi machen wollte. Ja, absolut. Das ist Reisen. Wäre auch nichts für mich, nee. Ich stand vor der Wahl und dann hab ich die Vereine, die mir Verträge angemacht, gesagt, wie auf wie viel muss ich reisen, wenn wir fast jedes zweite Spiel reisen will. Was glaubst du raus? Jedes zweite Spiel. Sagt der, die Auswärtsspiele, hab ich gesagt, nee, da muss ich nicht mit. Nein, nie mit. Ich mach entweder nur die Heimspiele oder ohne mich. Da haben sich auch viele überlegt, aber dann... So wie damals Dennis Bergkamp, der Flugangst hatte. Ja, und Guerreiro auch. Der musste dann immer mit einem Schiff fahren oder so. Hier, der HSV Guerreiro auch. Ja. Der hat auch ganz schlimme... Deswegen hat er beim HSV gespielt, weil da gab's keinen Grund, irgendwo hinzu. Ja, aber da gab's irgendwann mal, weiß ich noch, so irgendeine Trainingslager-Geschichte oder so, wo er da nicht mit konnte. Gut. Na gut. Wir machen mal ein bisschen weiter. Wir haben noch jetzt eben von uns auch schon angesprochen Union, die haben jetzt ja gegen Hoffenheim gewonnen und haben das unter anderem deshalb getan oder vielleicht gerade weil deswegen, weil sie die ersten fünf Minuten, sechs Minuten sehr gut genutzt haben mit zwei Toren. Direkt 2-0 in Führung. Da war Hoffenheim komplett nicht auf dem Platz. Es wirkte sehr indisponiert. Und ja, dann war das Spiel fast schon durch. Hoffenheim ist nochmal zurückgekommen in der 67. Aber also diese ersten sechs Minuten, das hat Hoffenheim komplett das Genick gebrochen. Da waren die überhaupt nicht auf dem Platz. Ja. Uns rennt die Zeit ein bisschen davon, aber was ich dazu sagen möchte, das müssen wir glaube ich irgendwann mal reden, weil Hoffenheim ist ja auch so ein Pulverfass, das so momentan so am Hoffenheim ist. Ach, findest du, dass der Standard Hoffenheim Pulverfass ist? Nee, aber wenn es nicht Hoffenheim wäre, dann wären wir jetzt die gesamte Sinne nur mit Hoffenheim bestreiten über die ganzen Geschichten im Hintergrund. Aber auch Matarazzo, wie angezählt er ist, würde mich nicht wundern, wenn mir der Bonusliga-Fluch wieder zuschlägt und der jetzt demnächst die Entlassung da bekannt wird, weil der ist ja wirklich, hängt am seidenen Faden und da ist ja schon mehr als bekannt, dass die an Herrn Wagner vom DFB rum... Die sollen den mal schön lassen, wo er ist. Ja, Wagner. Sandro Wagner. Als Trainer? Ja. Naja, der hat in der Nationalmannschaft, also der hat schon mal als Trainer, ich glaube, war unter Haching oder irgendwo hat er schon gearbeitet und dann ist er ja zur Nationalmannschaft als Co-Trainer von Nagelsmann und kommt, hat sehr gute Kritiken, sag ich mal, bekommen und dass der irgendwann spätestens nach der WM vermutlich selber tätig wird, ist schon klar, aber ich würde ihn natürlich schon gerne jetzt bis zur WM noch bei der Nationalmannschaft wissen. Würde ich auch, aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, wenn der auch jetzt schon ein Angebot aus der Bundesliga eben hat und das ist ja mittlerweile verbrieft, das hat ja auch Rudi Völler mehr oder weniger bestätigt am Wochenende im aktuellen Sportstudio. So, aber jetzt zum Spiel kurz, Union Berlin macht Union Berlin Sachen wieder. Das ist, da kann ich mich da wieder auch stundenlang aufregen, dass Union Berlin jetzt schon wieder die Mannschaft ist, mit den wenigsten Expected Goals und auch mit den wenigsten zugelassenen Expected Goals, aber das können die einfach und das hat jetzt wieder, Bo Svensson hat wieder diese Kompaktheit zurückgebracht. Klar sind die in der zweiten Halbzeit geschwommen, als dann Hoffenheim wirklich alles nach vorne geworfen hat und hätten sich dann auch nicht über einen Ausgleich beschweren können, aber grundsätzlich ist das wieder eine grundsolide und grundsolide verteidigende Mannschaft, also wieder back to the basics. 4 zu 2 Tore ist ja auch so ein Symptom davon. Also klar hatten die ein einfaches Programm, aber die haben auch wieder, sind wieder zu diesen Basics zurückgekehrt und das bringen sie auch auf den Platz. Und so dieses Jahr mit Bonucci, Volland, Goals, so dieses nach oben greifen wollen, das ist auch wieder abgehakt jetzt. Ja, ganz lustig. Spielen da wieder andere Spielertypen. Ja, für Gosens, der ja wirklich diesen Last-Minute-Abgang hatte nach Florenz, ist jetzt ein Rote in die Startelf gerutscht, der dann jetzt auf der Schiene spielt, in der Fünferkette, also exakt die Position, die Gosens vorher gespielt hat. Und der war schon nicht so unwichtig, Gosens, auch ein Hallerbach hat auch gesagt, diese Bälle in die Tiefe, die Gosens da ihm gespielt hat, die fehlen ihm natürlich jetzt so ein bisschen, da muss Rote erst auch ein bisschen reinwachsen noch, hat jetzt aber direkt mit dem Tor auf sich aufmerksam gemacht. Und Assist auch. Und also der hat auf jeden Fall gut eingeschlagen und dieses Vakuum direkt zu füllen gewusst. Klar, er ist so ein junger Spieler, mal gucken, wie konstant er dann auch sein wird, wird jetzt aus Unionkreisen auch schon als nächster Nationalspieler bezeichnet, was natürlich echt sehr verfrüht ist. Ist doch ein bisschen früh. Zumal er auch auf der Schiene spielt und das ist ja auch das Ding, was auch bei Gosens so war, wenn du in der Nationalmannschaft Viererkette spielst und im Verein spielst du quasi Fünferkette, das ist ja eine ganz andere Position und dementsprechend ist er halt, er ist einfach kein klassischer Linksverteidiger, sondern halt ein Schienenspieler jetzt bei Union. Er ist ja auch relativ groß mit so einem 1,95 Meter, 94, 93, irgendwas in die Richtung, Kopfballstark, hat er ja auch bei Union, äh bei Union sage ich schon, bei Kiel, hat er ja auch immer wieder unter Beweis gestellt, dass er eine Torgefahr mitbringt als Außenverteidiger und dann auch immer wieder in den Strafraum reinzieht und das musst du auch in sein Spiel integrieren, weil das ist glaube ich das, was ihn nochmal abhebt von anderen Spielern und dann sehe ich es dann noch ein bisschen schwierig, wie er dann den Raum, Mittelstädt, die eben noch spielerisch weiter sind, aber auch diese Defensive stärker verkörpern, darf er vielleicht nicht die Offensivgefahr haben, der muss ja erst dann noch vorbei wachsen, aber das, äh, Union Berlin ist da glaube ich ein gutes Umfeld, auch um das zu machen. Ja, ein guter nächster Schritt eigentlich und, ähm, ja, Union ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich, aber unter Svensson noch ungeschlagen und, äh, wie ich es vorhin gesagt habe, also klar, Saison ist noch früh und so weiter, das muss man sich immer, jede Woche kann die Tabelle schon anders aussehen, aber ich hatte Union irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, irgendwie, ich hatte die komplett vergessen, ehrlich gesagt und dann sehe ich, dass die da in der, in der Top fünf sind und ich meine Hoffenheim, ähm, also normalerweise kann man Hoffenheim, sag ich immer so, Hoffenheim ist so mit Wolfsburg und Gladbach so eine Mannschaft, die im oberen Mittelfeld ist und versuchen wird, irgendwie auf die Euroleague-Plätze zu schielen, aber du hast auch schon angesprochen mit Matarazzo und was da im Hinter, äh, Grund so alles läuft, ich hab so das Gefühl, Hoffenheim, es wird eine ganz schwere Saison und da darf, da darf auch nicht mehr viel passieren, also wenn Kramaric zum Beispiel sich verletzt und wir wissen, der ist verletzungsanfällig, dann fehlt da, also momentan läuft alles über Kramaric mehr oder weniger, also wenn Kramaric nicht sticht, dann geht nicht viel, ähm, ich, ich sehe das und ich hoffe es ehrlich gesagt auch, dass endlich mal dieses Thema Hoffenheim sich erledigt hat, aber. Nö, die werden natürlich nicht absteigen, weil es da Mannschaften gibt, die schlechter sind, aber was mich an Hoffenheim einfach auch so nervt, ist diese völlige Ambitionslosigkeit dieser Mannschaft, so die, man hat das Gefühl, du gehst da nach Hoffenheim, um gemütlichen Lebensrhythmus zu haben, da keiner, äh, verlangt von dir Leistung, keiner regt sich auf, wenn du es nicht bringst, also wir hatten ja auch Saisons, wisst ihr noch, als sie so richtig gut in die Saison gestartet sind und haben dann, glaub ich, 25 Spiele nicht gewonnen und waren dann eigentlich so gut wie abgestiegen und haben in letzter Minute dann noch nochmal die Kurve gekriegt, dann spielen sie wieder, ja, das ist ja so, spielen sie wieder irgendeine hervorragende Halbserie und man denkt, okay, jetzt werden sie ihr Potenzial mal abrufen, dann stürzen sie wieder komplett ab, diese Mannschaft ist völlig ungreifbar, völlig ambitionslos, die machen mal das, mal das, es ist komplett lächerlich, also das fehlt an alle, man kann diese Mannschaft überhaupt nicht einordnen. Dieser Verein darf eigentlich gar nicht in der Bundesliga existieren, das ist ein Witz, das wissen wir auch alle, brauchen wir nicht noch 10.000 Mal drüber reden, Kramaric ist ein geiler Spieler, sag ich ganz ehrlich, ich find den Typ richtig cool, ist nur beim falschen Verein, der ist ja irgendwie hängen, der hat sich irgendwann in der Tür geirrt und hat er nicht mehr rausgefunden irgendwie aus dieser... Die haben ihn eingelullt, ja, irgendwas muss da sein. Aber der könnte auch bei einem anderen Verein spielen und eine richtige Ikone werden, jetzt muss er halt seine Karriere da irgendwo in der Balachei auf dem Kornfeld beenden. Aber ja, man kann nur hoffen, dass Hoffenheim absteigt, hoffen, aber es wird natürlich, wie du es gesagt hast, diese Saison nicht passieren, weil es noch drei schlechtere Vereine gibt. Aber ansonsten möchte ich nicht weiter über Hoffenheim reden, lieber über Union. Dass die Mannschaft das Potenzial hat und dass Svensson vielleicht wieder ein bisschen sich aus der letzten Saison aus dieser leichten spielerischen Depression zu befreien und vielleicht wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Wird nicht mehr Champions League wahrscheinlich, aber ich glaube, ein gesichertes Mittelfeldplatz würde bei Union auch jeder nehmen. Ich glaube auch, die werden dieses Jahr nicht so in Nöte geraten wie letztes Jahr. Das denke ich auch, die stabilisieren sich wieder. Lass uns nochmal über Mannschaften sprechen, die auch eher auf diesem Niveau anzusiedeln sind. Und das ist natürlich Augsburg und Mainz, der Ex-Verein von Bruce Svensson. Die haben jetzt direkt gegeneinander gespielt. Mainz gewinnt auswärts 3-2 in Augsburg. Und ich finde aber, dass sie das mit einer gehörigen Portion Glück tun, weil Augsburg tatsächlich ein gutes Spiel gemacht hat und mehr verdient gehabt hätte als diese Nullpunkte, nämlich mal mindestens einen Punkt. Das war von Mainz dann auch ein bisschen glücklich, wie ich finde. Und Augsburg muss sich einfach ärgern. Das war aus deren Sicht unnötig. Die haben echt ein gutes Spiel gemacht. Weil man schon Augsburg vorwerfen kann, dass sie ein bisschen die Anfangsphase verschlafen haben. Da dann zwei relativ schnelle und einfache Tore nach Flanke von links auf dem Kopf. Spieler steht im Strafraum frei. Das muss nicht passieren. Und dann, klar, nach der roten Karte gegen Amiri. Da müssen wir drüber reden, über beide roten Karten, bitte. Also das war einfach so. Machen wir erst mal weiter. Aber da reden wir gleich noch. Also nochmal sportlich. Nach der roten Karte gegen Amiri war es natürlich ein Spiel auf ein Tor, das sie dann in Überzahl bestritten haben. Ich fand auch nach der roten Karte gegen Essende hat sich daran wenig geändert. Mainz hatte dann eigentlich im Verrest des Spiels noch eine Torchance. Aber sie hat auch nur eins gemacht. Genau, aber das war, glaube ich, der einzige Torschuss, den sie in Unterzahl hatten. Ansonsten hatte irgendwie Augsburg 20 Torschuss oder sowas in dieser zweiten Halbzeit. Das war schon ein Spiel auf ein Tor. Und auch nach dem, auch im Zehn gegen Zehn hatte Augsburg noch zwei, drei Hochkaräter, die locker gereicht hätten, um da noch das Spiel auf 3-3 zu stellen. Aber das war halt eine Frage der Chancenverwertung, ein Stück weit. Ja, und Mainz war mit Burkhardt sehr effizient, der zwei Tore gemacht hat. Und ja, wie du richtig sagst, also Augsburg darf das eigentlich nicht verlieren. Also, fangen wir mal mit diesen gelb-roten Karten. Erstens mal Amiri, saudumm. Diese, also erst die gelbe Karte in der 33 und dann in der 35 direkt gelb-rot hinterher. Und beide waren eigentlich völlig unnötig. Und dann aber auch diese rote Karte gegen Ascender, wo du denkst, okay, es steht 3-2, du bist in Überzahl, du hast jetzt noch 20 Minuten Zeit, das Spiel zu drehen, es läuft richtig gut. Und dann lässt du dich da zu so einer Aktion hinreißen. Also, da wäre ich als Mitspieler richtig sauer, weil das kann tatsächlich dann genau das gewesen sein, was am Ende die Niederlage besiegelt hat. Weil auch wenn sie mit 10 gegen 10 noch die bessere Mannschaft waren, 11 gegen 10, gerade die letzten 20 Minuten, wenn dann auch, wenn du müde wirst als Mainz, du hast ja eine früh-rote Karte bekommen, so lass vielleicht dann irgendwann die Kräfte auch nach. Also, das ist einfach saudumm. Ja, aber trotzdem, dieses, erst mal diese gelb-rote Karte war schon hart, fand ich, wir wissen nicht, was dann Amirik gesagt hat, aber ich glaube, er wurde einfach, weil er den Schiedsrichter angesprochen hat, glaube ich, verwarnt eher, so hatte ich das interpretiert von außen. Gut, aber die zweite ist ja das Problem. Ja gut, die zweite ist das Problem und da zieht er dann schon. Also, es ist schon gelb-rot, ist okay, aber es ist trotzdem halt eine der leichteren gelb-roten Karten. Ja, aber du darfst, wenn du gelb-roten Karten... Ja, klar, ist blöd, ist super blöd, aber dann die rote Karte gegen Ascender, da muss man zumindest drüber reden, dass halt Core halt vorher so austeilt. Also, Ascender komplett aus, komplett richtig, da klar fliegt er mit rot vom Platz und der muss jetzt auch ein paar Spiele gesperrt werden, weil das geht nicht, aber Core macht ja da schon den Ellbogen raus. Ja, und da muss... Ja, klar, aber das ist dann wenigstens ein Elfmeter eigentlich. Also, der macht ja im Strafraum den Ellbogen raus, Spiel läuft, das ist ja eigentlich ein Elfmeter so in meiner Welt. Ist ja egal, ob der andere dann nachtritt. Wenn der andere nachdenkt, ist dann blöd, dann musst du den mit rot vom Platz schicken, aber eigentlich darf auch Core dann nicht so den Ellbogen rausfahren. Dann ist das ein Elfmeter und das ist das erste Vergehen und ja, keine Ahnung, wie die das mit dem VAR da gemacht haben, aber das ist halt dieses Ding, das siehst du so oft auf dem Fußballplatz, dass sich halt Leute provozieren lassen und wir leben halt auch in der Zeit mit VAR und alles, wo die meisten Sachen eigentlich gesehen werden, so, und sich dann provozieren, das ist ein anderes Beispiel, ist ja diese Geschichte Leverkusens gegen Wolfsburg, die rote Karte, wo Frimpong ihn da so ein bisschen ärgert, im Runterfallen und er tritt ihn einfach, tritt ihn aufs Bein, weil er sich halt provozieren lassen und da musst du halt als Profi, das weißt du, dass es Gegenspieler gibt, die nichts anderes machen als versuchen, unter deine Haut zu kommen und da musst du einfach drüberstehen. warum ich kein Profi geworden bin, weil ich einfach ein emotionaler Typ bin und ich kann manchmal, wenn mir eine Ungerechtigkeit passiert, dann kann ich das, kann ich nicht innehalten. Er hat ja aber auch niemand anders gesehen, also er sende rot, ist ja glaube ich unstrittig, es geht ja nur dann um die Frage, okay, was ist da mit dem Coding, ist das nicht eigentlich Elfmeter oder auch vielleicht auch sogar rot, wenn er so macht, und dann auch der Elfmeter am Ende, der dann zurückgenommen wird, der auch, finde ich in Ordnung, dass die Entscheidung zurückgenommen wird, aber das ganze Wie war halt komplett Banane wieder, also das hat ja glaube ich wieder fünf Minuten gedauert, bis das dann entschieden war, also gefühlt, hat sich sehr lange angeguckt und dann auch, wenn er sich das so lange anguckt und es war auch, es war für mich kein Elfmeter, aber es war, es trifft ihn schon irgendwo und dann musst du halt fragen, muss da wirklich rausgeholt werden? in so einer Situation beim Stand von 2-3 in der 93. Das war auch, war auch sehr, sehr kritisch. Es war, ich bin voll bei dir, dass alles, was du sagst, stimmt, aber es war kein Elfmeter und der Grund, weshalb er sich, um jetzt mal aus, wenn es HSV wäre, würde ich das sagen, was du sagst, jetzt aber versuche ich immer ein bisschen Opposition zu sein, damit eine Diskussionsgrundlage entsteht und aus Sicht des Schiedsrichters ist es so, er wird rausgeholt und dann geht es ja im Prinzip darum, war das eine klare Fehlentscheidung und er guckt sich das an, um zu gucken, war es eine klare Fehlentscheidung und du siehst richtig, wie er die ganze Zeit, er guckt sich es nochmal und nochmal an und versucht in diesen Bildern irgendwas zu sehen, ist da nicht doch noch was bei, was meine Entscheidung rechtfertigt und er musste sich nach 20 Mal angucken, musste er sich eingestehen, scheiße, nein, es ist wirklich kein Elfmeter, ich kann ja auch nicht argumentieren, dass es keine klare Fehlentscheidung war und es war die richtige Entscheidung, es war kein Elfmeter, er schlägt über den Ball und dann gibt es vielleicht eine minimale Berührung, aber nie im Leben ist das ein Elfmeter in der letzten Minute, deswegen war, auch wenn es total bescheuert aussieht, weil er da 10 Minuten steht und man sich zurecht fragt, ja, warum steht er 10 Minuten, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, siehst du es beim ersten Mal, dann musst du es dir nicht 10 Mal angucken, aber er hat es sich 10 Mal angeguckt, um wirklich zu versuchen, noch irgendwas zu finden und es war die richtige Entscheidung, den Elfmeter zurückzunehmen, sei mal ehrlich, keinen Menschen sondern Elfmeter haben. Da hast du schon recht, aber wie gesagt, das war auch kein guter Abend von Sören Storx einfach, das Spiel ist ihm halt komplett schon in der ersten Halbzeit in Glippen und in der zweiten Halbzeit dann erst recht. Genau. So, uns gleitet die Zeit, die Sendung ist vorbei, euch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, war ein großer Spaß, wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, die wir alle, alle lesen und ich sehe immer wieder, jetzt ist es an euch jetzt gerichtet, ich sehe immer wieder, dass mindestens einer von euch pro Sendung schreibt, ihr lest das ja doch nicht und dann denke ich mir jedes Mal, nee, weißt du, ich antworte jetzt, natürlich lesen wir das und dann denke ich mir wieder so, nein, das sind so viele inhaltlich wirklich tolle Beiträge, auf die ich nicht antworte, aber der eine Typ, der schreibt, ihr lest das ja doch nicht, da lasse ich mich dann triggern und schreibt, doch, wir lesen das, deswegen mache ich das nicht, aber wir lesen es trotzdem, jetzt habe ich allen, die das jedes Mal schreiben, den Beweis geliefert, dass wir das lesen, aber ich werde auf diese Art Kommentare nicht mehr antworten, schreibt lieber stattdessen, wie ihr es bislang auch getan habt, supergute inhaltliche Kommentare, die wir lesen und über die wir uns freuen und schreibt gerne, was war euer Aufreger, wie bewertet ihr diesen Elfmeter, welche Mannschaft hat in den ersten vier Spieltagen überzeugt und welche enttäuscht, all diese Sachen, knallt sie rein, du möchtest was sagen, ich sehe das. Und abonniert den Kanal, sehr wichtig, weil dann zum Beispiel gehen euch solche Sachen verloren, wie dass diese Woche noch weitere Videos kommen werden, also wir haben noch ein Video zu Schalke in der Pipeline, wo wir ein bisschen über die Krise auf Schalke reden, so ein kleines Zonenstiger-Spezial, es ist noch eine Taktikanalyse in der Pipeline, diese oder nächste Woche, also abonniert den Kanal, dann verpasst ihr diese Inhalte nicht. So, ihr wollt nicht die Person sein, die das verweigert, was Tobi Escher von euch fordert. Wir haben 60.000, 70.000 Klicks auf eine Folge, aber nur 43.000 Abonnenten, das heißt, es gibt so 20.000, 30.000 Menschen da draußen, die einfach sich für was Besseres halten, die einfach sagen, ich gucke die Sendung, aber ich abonniere euch nicht. Was ist da los? Ihr wisst, dass so ein Abo, das kostet euch nichts. Es kostet keinen Cent, aber es hilft uns massiv, weil wir dann sagen können, guck mal, wie viele Abos wir haben. Ja, deswegen wollen wir irgendwann so eine Tafel haben von YouTube, man kriegt ab 100.000. Ab 100.000 kriegst du so ein Pleck. Wir wollen auch so eine Tafel haben, die können wir dann hier aufstehen. Ich verstehe das nicht, warum macht ihr das wegen mir, weil ich das so oft gefragt hab? Aber guck mal, da ist auch ein Nils, da ist auch ein Tobi. Recht doch nicht. Das ist eine Trotzreaktion, weil du das so vehement machst, dass so eine Verweigerung automatisch entsteht. Ihr abonniert diesen Kanal. Ganz ehrlich, das traut ihr euch eh nicht. Besser? Reverse Psychology. Finde ich ganz gut. So, das war's von uns. Endgültig jetzt. Wir sehen uns dann morgen, da ist Mike Stiefelhagen zu Gast, der glühender Schalke-Fan ist und auch sich bestens mit ihm zu machen. Schalke gibt's noch? Schalke gibt's noch. Wenn du mehr dazu wissen willst, schalte ein morgen beim Schalke-Special ein. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.